Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frey und heute mit dem Klassiker. Also wirklich, es ist ein Thema, was ich schon ewig auf dem Schirm habe und ein Thema, wo ich mir oft auch gar nicht bewusst bin, dass man darüber vielleicht auch mal sprechen sollte, weil ich das schon so lange kenne, so dass es fast wie so eine Art Grundwissen ist oder so und ich ja auch sehr gerne euch Neues präsentiere, also Dinge, die jetzt nicht schon oft behandelt wurden, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, tut es auch mir selber gut, wenn man Dinge, die man eigentlich schon ganz lange glaubt, gut zu kennen, wenn man die sich einfach nochmal anschaut, sozusagen eine Revision entzieht. Oh, das ist dieses böse Wort, Revision, aber hey, das ist ein Grund, was wir machen müssen. Revision, die Dinge nochmal anschauen und da kommen dann doch durchaus auch neue Erkenntnisse hinzu und es lohnt sich tatsächlich, gewisse Themen, Klassiker auch immer wieder sich nochmal anzuschauen. Und auch viele jüngere Zuschauer unter euch, die werden wahrscheinlich von dem Thema auch schon gehört haben, aber vielleicht manches von diesem Grundwissen noch gar nicht haben. Um was es heute geht, ist Adam Weishaupt und der Orden der Bayerischen Illuminaten. Wow, Klassiker, wirklich ein großartiges Thema. Ich beschäftige mich da auch schon ganz lange damit, das ist nicht permanent, aber tatsächlich ist es, da war ich noch ein ganz junger Mann, als ich das erste Mal von dem Thema Illuminaten gehört habe, Adam Weishaupt. Und das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Also es ist schon eine ziemlich wichtige Geschichte. Und es gibt jede Menge zu erzählen zu dem Thema. Das ist klar, dieses Thema Bücher gefüllt, Filme, es ist auch mittlerweile in der Popkultur ein so großes Thema, es hat sich auch ganz viel verselbstständigt. Also das ist auch krass, was sich da so allein in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat. Das Thema Illuminaten und Popkultur, allein das wäre eine eigene Sendung wert. Heutzutage ist es wirklich, diese Begriffe, die sind allgemein gut geworden. Du kannst heute Kinder fragen, ob sie schon mal von den Illuminaten gehört haben. Und die Kinder wissen das, die wissen dann genau, ja, das ist so eine geheime Weltregierung und sowas, sowas ganz Böses, was die Menschen irgendwie regiert. Das ist echt faszinierend. Als ich mich damals zuerst damit beschäftigt habe, Anfang der 90er, da war das eine absolute Ausnahme. Also da war es in der Popkultur noch gar nicht so präsent. Und ich kann mich da erinnern, du hast da fast niemanden gefunden, mit dem du da über solche Themen sprechen kannst. Heute ist das ein Riesending. Und es ist letzten Endes auch ein sehr schwieriges Thema, obwohl ich dazu sehr, sehr viel weiß oder sehr viel beitragen kann. Aber das heißt schon weiß, das ist eben das Schwierige. Denn es geht ja um eine Geheimgesellschaft. Es geht dann überhaupt auch um Geheimgesellschaften und deren Wirken und deren Einfluss. Und das Schwierige daran ist, dass sie halt Geheimgesellschaften sind. Und das ist total schwierig zu trennen, wo ist Wahrheit und wo ist Mythos. Mythos und Wirklichkeit. Das ist auch so ein bisschen im Zentrum meiner Betrachtung heute. Dort werde ich mich auch immer wieder entlangpirschen. Und ich kann euch aber auch jetzt schon sagen, auch ich kann diese Grenze nicht genau ziehen. Das weiß keiner von uns. Also ich schätze auch, es gibt niemanden auf der Welt, der das wirklich genau sagen kann. Wo genau die Grenze ist zwischen Wahrheit und Mythos? Ich meine, es gibt ein paar Dinge, die können wir als gesichert nehmen. Als relativ gesichert. Ich weiß, letzten Endes ist ja nichts sicher, außer der eigenen Wahrnehmung oder sowas. Aber es gibt so ein paar Dinge, die kann man schon als historischen Fakt sehen. Die sind auch ganz gut dokumentiert. Auch wirklich tatsächlich gut dokumentiert. Es gibt viele, auch wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema. Weil es ist nicht nur ein Thema als für Verschwörungstheoretiker. Es ist auch aus rein nüchternen historischer Perspektive eine super spannende Zeit. Diese Zeit um 1800 rum, diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, die es dann in Europa gab. Spannend. Also das ist alles gut dokumentiert. Wir haben einiges, wo wir uns relativ sicher sind. Dann gibt es einen großen Bereich von dem, wo man spekulieren kann. Wo es aber echt interessante Spekulationen sind, die auch aus meiner Sicht dann wirklich einen Grund haben. Also wo man spekulieren kann. Und dann gibt es aber auch noch einen Bereich, der dann aus meiner Sicht dann wirklich Mythos ist. Also wo ich auch nicht dran glaube. Allerdings, und ich sage es euch, jeder von euch muss da selbst so ein bisschen gucken, wo da die Grenze ist. Die absolute Wahrheiten ist hier schwierig. Und ich werde es so versuchen, das einigermaßen so darzustellen, wie ich das Stand jetzt auch sehe. Das ist auch ganz wichtig, weil da kommen da auch immer wieder neue Dinge dazu. Und ich kann euch nur sagen, wie ich es Stand jetzt sehe. Wo für mich da so die Grenze ist zwischen Wahrheit, so ein Graubereich von Spekulation, die aber vernünftig ist. Wir können auch spekulieren, warum nicht? Und Dinge, die dann aus meiner Sicht wirklich dann nur noch Projektionen sind oder dann mir zumindest irrational erscheinen. Aber hey, wo genau die Grenze ist, muss jeder selbst wissen so. Ich habe mir ja hier auch ein Hilfsmittel mitgeholt heute für diese Sendung. Drei Bücher, die alle zusammengehören. Das ist die berühmte Illuminatus-Trilogie. Drei Bücher sind es. Von Robert Wilson und Robert Scheer. Das sind drei Bücher, die gehören zusammen, Teil 1, 2 und 3. Die sind geschrieben worden oder veröffentlicht worden Anfang der 70er Jahre. Original im Amerikanischen, das sind amerikanische Autoren. Und also Anfang der 70er. Und heißt da schon Illuminatus, heißt diese Trilogie, das heißt, das ist durchaus ein Hauptthema auch. Und ich kann diese Bücher echt nur empfehlen. Es ist Fiktion. Es sind Romane, aber super witzig. Witzig, actionreich, ein Schuss Erotik drin. Also wirklich alles, was einen guten Read ausmacht, kann ich euch empfehlen, dort mal reinzuschauen. Und was halt auch so interessant ist, ist, dass da unglaublich viele Fakten auch zusammengetragen werden zu dem Thema. Und auch diese ganze Trilogie, ähnlich wie das, was wir heute machen, halt sich an diesen Grenzbereichen bewegt. Was ist jetzt wirklich Fakt? Was ist Spekulation? Und was ist dann wirklich mindblowing? Und auch hier die Geschichte bewegt sich da ständig in diesen Bereichen. Und das sind Bücher, ich habe die in ganz jungen Jahren, ist mir das in die Hand gekommen. Und hat einen großen Einfluss auf mich genommen. Also weil es halt einfach so viele interessante Dinge sind, die man dann später nochmal nachrecherchieren kann. Es hat auch, nicht nur für mich, sondern diese Bücher sind einflussreich. Vieles von dem, was wir hier sprechen, viele von den Ideen auch über Illuminaten, die sind in diesen Büchern schon aufgeführt. Und was diese Bücher sind, ist in den letzten Jahren so, wie eine Zusammenfassung vom Stand der Dinge, den man Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre hatte. Wenn man da offen im Auge ist, war dieser Autoren, wenn ich mich recht erinnert, hier Robert Wilson, seinerzeit in den 60ern beim Playboy gearbeitet, in der Redaktion. Und hey, ich meine, das waren einfach Typen, die haben sich die ganze Zeit auch mit sowas beschäftigt. Genauso vielleicht wie wir. Auch jetzt nicht immer nur bierernst, aber halt spannend, diese ganzen Sachen. Und was uns diese Bücher geben auch, ist so ein Überblick, über was konntest du sozusagen Ende der 60er Jahre schon alles wissen. Mit welchen Themen hast du dich schon beschäftigt. Zum Beispiel in Kennedy-Sachen und sowas. Das war da alles schon drin. Andere Sachen, über die wir heute sprechen, tauchen da noch nicht auf. Also das ist interessant, auch das zu sehen, was man damals, wenn man offenen Auges durch die Welt gelaufen ist, schon alles erfahren konnte. Auch in Zeiten lange vor dem Internet. Und allein dafür ist es interessanter. Und die Bücher haben natürlich großen Einfluss genommen auf die Popkultur. Das sind Kultbücher. Das haben ganz viele Leute gelesen, die dann später selber wieder irgendwie Kulturschaffende waren. Filme, Musik oder Sachen wie unsereins. Und beispielsweise, übrigens auch nicht nur Einfluss genommen auf jetzt so freakige Leute, sondern auch auf die große Literatur. Aber diese Illuminatis-Bücher haben definitiv auf die Vorlage gegeben für ein Buch, was ich noch vor denen gelesen habe. Und was ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt habe, weil es für mich eines der einflussreichsten Bücher in meinem Leben war. Nämlich Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel. Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel. Ende 80er Jahre rausgekommen. Und das habe ich damals gelesen gehabt, da war ich noch ganz jung, da war ich gerade noch in der Schule. Und das Ding hat mir echt auch so ein völlig neues Feld gezeigt, was mich halt interessiert hat. Geschichte, Geheimgesellschaften, Okkultismus. Diese Verbindungen auch von Macht und religiösen, weltanschaulichen Schulen und so weiter. Total spannend. Bin ich heute noch drin. Seht ihr, das ist eins meiner Lebensthemen. Und dieses Buch von Umberto Eco, das hat mich damals, ich habe echt kaum was verstanden, weil es halt auf einem hohen intellektuellen Niveau ist, schwierig zu lesen. Aber, boah, ich habe mich da durchgearbeitet und dann auch über mehrere Jahre, ich habe mich dann immer wieder damit beschäftigt auch. Und ja, das hat einen riesen Impact auf mich gehabt. Und wenig später, vielleicht ein Jahr später, sind mir dann diese Bücher in die Hand gekommen. Und da habe ich dann beim Lesen, ist mir dann klar geworden, hey, der Eco, der kannte diese Bücher auch. Also es ist hundertprozentig, da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn das nirgendwo in den Eco-Büchern auftaucht und ein kleines bisschen Kritik möchte ich anbringen. Umberto Eco, ich finde, er hätte es auch irgendwo mal reinbringen können. Entweder in irgendeiner Danksagung das mal erwähnen oder vielleicht sogar in den Roman eine kleine Hommage an Sheer and Wilson bringen. Weil die Dinger hier sind halt Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Auch in der ganzen Erzähltechnik, das ist chaotisch, das ist voll Rock'n'Roll und so weiter. Das ist halt so ein Ende-60er-Roman. Und Umberto Eco ist aber dann doch wesentlich europäischer und auch, wie soll man sagen, so seriöser in der ganzen Erzähltechnik und so weiter. Und wahrscheinlich hat das nicht unbedingt die gleiche Leserschaft. Aber im Gesamten ist das wirklich ähnlich aufgebaut. Es fängt schon an bei der Struktur, wie die einzelnen Kapitel strukturiert sind. Dieses Buch hier, das hat so eine Grundstruktur, die sich an dem kabbalistischen Baum der Sefirot orientiert. Das kennt ihr, oder? Den Baum der Sefirot. Das ist Kabbalah. Das ist auch ein System der Kosmologie, wie die Welt entstanden ist, wie auch der Geist entsteht und das Wandeln von Geist und Materie. Hey, ich will jetzt doch nicht zu tief reingehen. Das ist ein Riesenthema. Ich bin auch kein Experte darin in Kabbalistik. Aber dieser Baum der Sefirot da. Und das ist hier schon die Grundstruktur für dieses ganze Buch. Es geht halt los mit Ketter. Das ist die erste Sefirot und endet dann mit der, weiß ich jetzt gar nicht, was das letzte ist. Genauso hat dann hier Umberto Eco auch sein Buch aufgebaut. Und dann geht es natürlich um diese ganzen Geheimgesellschaften. Und dieses Buch, es ist unglaublich, welche, ich weiß nicht, will ich sagen, Fakten. Ja, Dinge kommen, die jetzt nicht der Autor erfunden hat. Die aber vielleicht die Erfindung von anderen sind. Was ich Leserbriefe, der zieht aus allem was raus. Aber das sind alles jetzt keine Sachen, die der Autor erfunden hat, sondern die er da einwebt in eine fiktionale Geschichte. Und genau das gleiche Grundprinzip macht er auch Umberto Eco im Fukutschen Pendel. Da kommen ganz, ganz viele Figuren, tauchen dort auf und historische Gruppen und so weiter, die du alle nachrecherchieren kannst. Die es alle irgendwo gibt. Wie ernst man die nimmt, das ist wieder die nächste Frage. Aber die Namen allein schon, die gibt es halt alle. Und daraus konstruiert dann auch Eco so ein Roman. Es nimmt dem Roman nichts, weil es sind wirklich beides großartige Bücher, kann ich beide nur empfehlen. Ich wollte es nur anmerken, dass der Eco vielleicht doch auch mal die Illuminatus-Trilogie hätte er doch mal erwähnen können. Aber egal. Also die nehme ich mir auch ein bisschen zur Hilfe hier. Denn in diesen Büchern, ich sage euch jetzt nicht viel über den Plot und kann euch sowieso nichts hier vorhersagen. Es ist so eine freaky Geschichte. Aber um was es da unter anderem geht, ist halt in der fiktiven Geschichte, dass dort so eine Underground-Zeitung ist. Und einer von den Redakteuren, der recherchiert halt diese Illuminatengeschichte. Und dann hat er dort so eine Kollegin von ihm, die ist halt so die Top-Rechercheurin in dieser Redaktion, also die halt so Recherche macht. Und der setzt die halt darauf an und sagt, hey, liefer mir alles, was du zu den Illuminaten rausfinden kannst. Gib mir die Informationen. Und so gibt es dann in diesen Büchern sogenannte Memos, was diese Frau zusammenträgt, was sie halt recherchiert. Und diese Memos, die sind wirklich auch heute noch eine absolut empfehlenswerte Quelle, wenn es um dieses Thema Illuminaten geht. Weil die eben auch diese ganze Bandbreite ansprechen. Deswegen werde ich so ein paar von diesen Memos hier auch vorlesen und mich an denen dann entlanghangeln. Bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt nur ganz kurz was einführen. Weil ich kenne ja auch nicht wirklich jeder diese ganzen Sachen, die man auch für selbstverständlich hält. Nur mal ganz zur Einführung, um was es überhaupt geht so. Ein paar gesicherte historische Fakten. Wir sprechen heute über Adam Weishaupt. Ich habe hier ein schönes Bild von ihm. Das ist auch der Klassiker. Sehr viel mehr gibt es auch nicht. Das ist Adam Weishaupt. Das ist ein Mann, der kommt aus Ingolstadt in Bayern. Und der war an der Universität Ingolstadt. Er war der Professor für kanonisches Recht und hat Recht studiert, Philosophie und so weiter. Und das Ganze spielt in der Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts. Und dieser Adam Weishaupt, der war ein Vertreter der Aufklärung. Das ist ja diese Zeit, Aufklärung ist eine philosophische Richtung, die im Grunde genommen halt den Menschen rausgeholt hat aus dem christlichen Denken, aus diesem ganzen christlichen Weltbild, was halt bis dahin unsere Gesellschaft dominiert hat. Mit der Aufklärung kamen halt das erste Mal wieder Philosophien auf, die dann den Schwerpunkt wieder mehr legen auf Rationalität. Das ist das Aufkommen der Naturwissenschaften und so weiter. Ihr wisst, was Aufklärung ist. Und Adam Weishaupt steht voll in dieser Tradition, in dieser Linie. Er ist halt ein Aufklärer. Er ist selber zwar von Jesuiten auch mit erzogen worden, ist also mit diesen kirchlichen Strukturen und dieser Welt gut vertraut, ist aber dann eben ein Aufklärer. Und seine Idee war halt, eine Art großen Wechsel herzustellen. Also wegkommen von der alten Ordnung, die repräsentiert wird durch die Herrschaft der Kirche und die Herrschaft des absoluten Staates, also Monarchen, Könige, Fürsten, Herzöge, die eine Allianz eingehen mit dem Christentum. Das haben wir auch schon öfter gehabt. Eigentlich auch bei anderen Religionen ist das auch so. Religion und Herrschaft geht immer Hand in Hand. Und diese Leute damals, die wollten eine Veränderung der Ordnung. Die alte Ordnung auflösen und eine neue Ordnung, die halt dann sozusagen in einem aufklärerischen Hintergrund ist. Eine Art Herrschaft der Philosophen oder sowas. Übrigens auch das gar keine neue Idee. Das hat sich nicht der Weißhaupt das Erste ausgedacht. Es gab schon in der Antike Platon, der große Philosoph, den wir auch schon öfter erwähnt hatten. Der hat unter anderem in der Antike schon die Politeia geschrieben. Und das ist so ein, ja ist es eigentlich ein Roman? Nein, literarisch wahrscheinlich nicht. Das ist im Grunde genommen ein Dialog, der dort die ganze Zeit dargestellt wird. in dem Platon so darlegt. Und in dem Dialog kommt sein großer Lehrer, Sokrates. Das ist einer von denen, die den Dialog führen. Der kommt dort vor. Und Platon und Sokrates sozusagen, die stehen halt auf der, oder vertreten diese Idee, dass doch die Vernunft herrschen sollte. Nicht als irgendwelche Könige aus irgendwelchen Gottesgnaden, nicht irgendwelche durch Blutlinien, Erbhöfe, qualifizierten Familien, sondern die Herrschaft sollte eigentlich sein bei dem Vernünftigen. Ein Staat der Philosophen, wenn du so willst. Das ist so diese Utopie, die Platon auch gesehen hat. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes, als was auch Adam Weishaupt dann so gesehen hat. Das ist eben, die Aufklärung bezieht sich ja auch eben auf diese griechische Antike. So ist das ja auch alles gekommen. Und aus deren Sicht galt es halt, das Christentum sozusagen wieder abzulösen. Und das Ziel wäre gewesen für Adam Weishaupt so eine Herrschaft der Philosophen, der Rationalität. Und er wollte das halt erreichen, vor allem indem er halt die Menschen umerzieht, die Menschen in diesem aufklärischen Geiste erzieht. Also sozusagen mental emanzipiert, freimacht von diesem ganzen christlichen Denken, von diesem Obrigkeitsdenken. Das ist sozusagen so die Grundidee. Und so hat er dann, als er dann schon Professor war, der war schon jung auch protegiert und ist dort in diese Karriere gekommen, dann ist ihm mal vorgeschwebt sozusagen eine Schule der Menschheit zu gründen. Eine Schule der Menschheit. Und das sehen wir auch schon, wenn ich jetzt nur bei den Fakten bin, nur mal sowas einwurfe, da sehen wir schon diese ganzen Probleme, die da kommen. Also dieses, wie ambivalent ich auch dieses ganze Thema sehe. Weil zum einen, wenn es darum geht, Aufklärung und so weiter und halt mal wieder mehr Vernunft ins Leben bringen und nicht an irgendwelche christlichen und blutlinien Herrscherbilder zu hängen, da bin ich erst mal voll dabei. Auf der anderen Seite siehst du schon bei diesen Themen, ja, Schule der Menschheit und so weiter, kommen auch schon diese Themen, die mir instinktiv irgendwie halt unwohl bereiten. So dieses Gedanke des Erzieherischen, der neue Mensch, den Menschen neu machen. Weil das ist dann, da steckt im Keim ja schon diese faustische Gedanke drin. Und hey, Faust, Goethe, das ist ja dieselbe Zeit. Also der hat das auch so gesehen. Dieser faustische Gedanke, dass der Mensch auf einmal sich so überhebt. Ja, okay, wir schmeißen die alte Ordnung rum. Kann ich verstehen. Dieses, oh, wir sind demütig unter Gott. Aber dann den Menschen auf einmal so hochbauen und über die Natur setzen. Der Homo Novus, der neue Mensch. Mensch, das ist alles, das fängt hier an zu der Zeit. Und das entfaltet sich dann im Laufe der nächsten Jahrhunderte bis hin zu so großen Ideologien wie Kommunismus, auch der Hitlerfaschismus und ganz viele übrigens. Ich meine, selbst bei Gaddafi kannst du das sehen in seinem grünen Buch. Da geht es ständig darum, einen neuen Menschen zu schaffen. So im Geiste von Nietzsche, weißt du, dieser neue Mensch, der Mensch, der aber dann auch über der Natur steht. Und das ist so, das ist diese Hybris, das ist dieser faustische Trip. Und beides kommt dort schon zum Vorschein. Also das ist so für mich auch so ein Problem, dass ich das echt immer ambivalent sehe. Manche Dinge kann ich voll nachvollziehen bei diesen Leuten. Und dann sehe ich aber diese Sachen so, oh. Ja, also er hatte eben eine Schule der Menschheit, wollte er gründen. Und daraus ist dann ein, der nächste Schritt war dann, einen Orden zu gründen. Und den hat er dann gegründet am 1. Mai 1776. Und das ist natürlich auch schon spannend. 1776 wissen wir, das ist weltgeschichtlich ein ganz wichtiges Jahr. Weil das ist das Jahr, wo in Amerika die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde. Und dann der amerikanische Unabhängigkeitskrieg entstand. Und daraus entstand dann ja letztens die USA, also sozusagen die erste, wie soll man sagen, das erste freie Land. Also was jetzt nicht von irgendwelchen Monarchen regiert wurde. Das war damals wirklich, heute, weiß ich nicht, ob man das so einfach sagen kann, ja. Wenn man die USA anschaut, heute sind natürlich auch riesen Herrschaftsstrukturen und so weiter. Aber damals war das natürlich ein Riesenschritt, dass ein Land, was nicht von einem Monarchen regiert wird. Das gab es halt vorher so noch nicht, außer ganz weit zurück in der Antike. Naja, okay. Und 1. Mai natürlich auch spannend. 1. Mai hat er den Illuminatenorden gegründet. Und 1. Mai ist er dann heute noch, und ich habe da mal eine kleine Sendung auch drüber gemacht, können wir nochmal nachschauen. Ist ja heute noch so der Feiertag der Arbeiterbewegung. Und auch da habe ich schon die Frage gestellt, warum ist gerade der 1. Mai das? Vielleicht ja als kleine Hommage an diesen Adam Weishaupt. Aber hey, hier kann ich schon wieder nur die Frage stellen. Wir wissen nicht, ob es das ist. Kommen wir wieder zu dem, was wir wissen. Also am 1. Mai 1776, das ist fix, hat er diesen Orden gegründet. Der hieß übrigens am Anfang gar nicht Illuminatenorden, sondern zunächst nannte er diesen Orden die Perfektibilisten. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Perfektibilisten. Und allein schon der Name, das ist interessant. Also faszinierend. Ich meine zum einen diese Sprache, die die da hatten. Aber zum anderen zeigt es auch schon, in welche Richtung geht. Dieses Perfekte. Der Mensch muss perfekt sein. Es geht darum, den Menschen sozusagen so zu erziehen, von klein auf, am besten schon den jungen Menschen, den so zu erziehen, und so ist das Ideal, dass halt eben seine Tugenden komplett gefördert werden. Dass du fast schon so eine Art Übermensch bekommst, der halt echt über all seine Schwächen hinauswächst und dann so ein Superman wird. Was eben da, da bin ich schon mal skeptisch. Weil, weißt du, er kennt doch erst, nimm doch erst mal das an, was du bist. Das ist meine Sache. Aber hey, das war also so das Ziel. Und das drückt sich schon in diesem Namen aus. Die Perfektibilisten. Ein anderer Name für den Orden war in ganz frühen Jahren, und was heißt frühe Jahre, den gab es wieso nur ein paar Jahre. Aber in der Anfangszeit war es auch noch bekannt unter dem Namen Bienenorden. Der Bienenorden. Das ist auch interessant. Und Adam Weishaupt selbst hat gesagt, dass das die Idee vom Bienenorden halt so ist, dass die, wie bei den Bienen, die von der Königin aus an alle im Bienenvolk was ausstrahlt, so wäre Adam Weishaupt oder die Spitze von dieser Schule, von diesem Orden, wäre so das Zentrum der Weisheit, das dann so in alle Richtungen so ein bisschen von seinem Weisheitsnektar abgibt. Also auch da schon ein bisschen ein überhebliches Weltbild, aber das ist genau, um was es hier geht. Und danach wurde der Orden dann halt umbenannt, und so ist es dann geblieben zu Illuminatenorden, die bayerischen Illuminaten. Insgesamt gab es den Orden nicht lange. 1776 gegründet, keine zehn Jahre später. 1785 wurde er schon wieder verboten, in Bayern zunächst mal, und dann aber auch in den anderen deutschen Landen. Es war ja so, damals gab es ja noch nicht dieses deutsche Reich in dem Sinne, sondern es gab ja mehrere Staaten, und die Hauptgeschichte von dem Illuminatenorden spielt sich halt in Bayern ab. Und dort wurde er verboten, weil die bayerische Obrigkeit, damals noch Monarchie, halt in diesen Leuten eben potenzielle Revolutionäre gesehen hat. Das ist halt der Unterschied. Es gab damals viele Aufklärer, die dann einen großartigen Ruf haben, also die Leute wie Kant oder so weiter, die damals auch schon bekannt waren, und die ganzen Dichter natürlich. Und das wurde alles toleriert, möchte ich mal sagen, von der Obrigkeit. Es gab auch tatsächlich manche Fürsten, die sich dem sogar angezogen gefühlt haben, dieser aufklärerischen Philosophie und so weiter. Oder der Philosophenkönig zum Beispiel, hier Friedrich der Große und so weiter. Aber für die bayerische Obrigkeit waren halt die Illuminaten dann welche, die eben nicht dabei stehen bleiben, jetzt halt die Aufklärung als eine reine Philosophie zu betrachten, sondern die das in die Praxis umsetzen wollen. Die das wirklich umsetzen wollen. Die also nicht nur philosophieren, sondern aus dieser Philosophie ein praktisches Konzept entwickeln. Und die Idee war halt, die die Illuminaten hatten, diese Veränderung herbeizuführen. Eigentlich auch beides. Und zum einen hat Weishaupt gesagt, Leute, das macht sich selbst obsolet. Wir müssen dann nur bereit sein, wenn es zusammenbricht. Und zum anderen haben sie aber schon auch ganz aktiv daran gearbeitet, diesen Umschwung herbeizuführen. Und das ist, wo dann die Obrigkeit sagt, hey, ab der Grenze, da schreiten wir ein. Jetzt ist Revolution, da kennen wir kein Pardoner. Also wenn du dann gegen die Obrigkeit aufsprichst, kennen sie kein Pardoner. Und so wurde der Orden dann schon relativ früh verboten, neun Jahre nach seiner Gründung. Und ab da kommen natürlich dann die großen Fragen, wie ging es dann weiter. Und das werden wir auch noch ein bisschen beschäftigen. Aber jetzt nochmal zu den Fakten zurück, was wir noch sicher haben. Wie ist eigentlich der Orden dann in diesen wenigen Jahren so einflussreich und groß geworden, dass wir uns heute überhaupt damit beschäftigen? Weil zu der Zeit, es gab viele Orden, es gab viele Geheimgesellschaften. Du musst dich nirgendwo anmelden, wenn eine Geheimgesellschaft gründest. Du machst es einfach. Und manche werden dann bekannt und andere halt nicht. Manche haben Einfluss, andere auch nicht. Bei den Illuminatenorten war es so, dass die auch gerade im genau richtigen Zeitpunkt hier angetreten sind. Zu dem Zeitpunkt war die Freimaurerei ja schon richtig groß. Und die Freimaurerei war aber Ende des 18. Jahrhunderts dominiert, möchte ich sagen, von den Ideen der strikten Observanz. Das ist so eine Art, also ein Flügel innerhalb der Freimaurerbewegung, der sehr großen Fokus legt auf so dieses alte Templererbe. sehr, sehr, sehr okkult auch, mit sehr viel, sehr viel Mystik und so weiter. Altes Ägypten und so. Und er hat auch dann sein eigenes Hochgrad-System entwickelt, was auch alles mit sehr viel so mysterischem Primborium angereichert ist. Die ganzen Namen schon, weißt du, wie die dann alle heißen. Und, und das ist aber irgendwie, das hat seine Kraft verloren. Nicht zuletzt, weil, weil der Typ, und jetzt fällt mir leider spontan sein Name nicht mehr ein, der dort jahrzehntelang sozusagen diese, die wichtigste Figur war in dieser strikten Observanz, in dieser Art von Freimaurerei, der ist halt verstorben. Und es entstand so eine Art Vakuum. Und es war klar, innerhalb der Freimaurerei, da verschieben sich die Gewichte jetzt neu. Und da kam es dann 1782 in Wilhelmsbad zu einem großen Freimauerkonvent, wo sozusagen die Logen, die größten Logen, die wichtigsten Logen aus Deutschland ihre Leute dort hingeschickt haben. Um sozusagen sich neu aufzustellen. Und dort gab es mehrere Gruppen, die eigentlich gerne diese Nachfolger hätten antreten wollen. Aber interessant ist, dass dort die Illuminaten sich durchgesetzt haben. Und hier kommt ein Name ins Spiel. Ich lese mal kurz hier was vor. Dieser Freimauerkonvent, der war vom 16. Juli bis zum 1. September 1782. Und dort konnte der Illuminat Franz Dietrich von Dittwurt, Franz Dietrich von Dittwurt konnte die Meinungsführerschaft für den Orden gewinnen. Das alte Templer-System wurde aufgegeben und die strikte Observanz wurde sozusagen von den Illuminaten beerbt. Und im Zuge dessen konnten die dann ganz, ganz viele neue Mitglieder in kürzester Zeit gewinnen. Nämlich die, die alle schon organisiert waren. Und das ist also perfekt. Du übernimmst sozusagen die Erbschaft. Du kriegst auf einmal einen Haufen Mitglieder. Du kriegst einen Haufen Strukturen. Und so ist innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit der Orden dann sehr mächtig geworden. Es ist also wirklich eine ganz entscheidende Sache, dieser Konvent in Wilhelmsbad. Und interessant ist doch der Name hier von diesem Illuminaten, der in Wilhelmsbad die Illuminaten vertreten hat. Und der das dann sozusagen geschafft hat, das Erbe dort zu übernehmen. Franz Dietrich von Dittwurt. Hey, ich meine, bei den Kennern vor euch werden jetzt gar nicht die Ohren aufgehen. Bei mir auch. Also ich habe das jetzt nicht schon ewig lang im Kopf. Sonst hätte ich das euch letztes Mal schon gesagt. Aber jetzt eben in der Recherche darauf stößt ich mich auf den Namen von Dittwurt. Da denke ich mir, hot damn, das kann doch jetzt nicht sein, dass es derselbe von Dittwurt ist oder dieselbe Familie, von der ich letztens gesprochen habe. Holmer von Dittwurt und dann seine Tochter Jutta Dittwurt. Die halt heute auch ganz wichtig sind im Definieren von gewissen Geselligern. Gesellschaftlichen Parametern, Denkrichtungen, kennt ihr. Habe ich ja drüber gesprochen. Aber tatsächlich, hot damn, es ist dieselbe Familie. Ich habe es nachgeschaut. Familie von Dittwurt. So könnt ihr es in Wikipedia nachlesen. Franz Dietrich von Dittwurt zählt zu den bedeutendsten Illuminaten. Der war von Anfang an dabei oder fast von Anfang an. Der hat eben dafür gesorgt, dass diese ganzen Leute von der strikten Observanz da reingekommen sind in den Orden. Und ja, es ist tatsächlich diese Familie von Dittwurt. Ich habe es noch nachrecherchiert. Der erste Dittwurt, das geht zurück auf das Jahr 1148. Heumarus der Dittforden hieß der Urahn. Und da auch schon der Name Heumarus. Also der Heumar von Dittwurt ist eben benannt worden nach dem Urahn. Aber das hier nur am Rande. Das ist ja vielleicht auch nur Zufall. Und halt interessant, dass diese Familie hier auch wieder auftaucht. Ja, und man hat dann auf einmal ganz viele neue Mitglieder gehabt. Einflussreiche Leute auch. Mal ein paar Namen. Ich habe ja auch mal noch Bilder von den Kollegen hier am Start. Beispielsweise ist der Adolf Freiherr von Knigge ein ganz wichtiges Illuminatenmitglied geworden. Die hatten auch alle immer so Tarnnamen. Ich meine, der Knigge, wie hieß der nochmal? Der hieß Philo. Philo. Also die haben alle sich so Tarnnamen gegeben, die aus der griechischen Antike kommen, wo eben auch schon wieder dieser Bezug ist hin zu Platon und die Philosophengesellschaft. Und der Freiherr von Knigge, der ist Philo. Adam Weishaupt selbst hieß Spartakus. Wobei, ganz ehrlich, wo wir schon dabei sind bei den Namen. Was ich mich schon immer gefragt habe, ob auch Adam Weishaupt. Ich meine, der Name allein ist eigentlich auch schon interessant. Ich habe nirgendwo jetzt Hinweise oder klare Hinweise gelesen, dass der Name nicht echt ist. Also ich glaube, soweit ist es sein bürgerlicher Name. Soweit ist er geboren als Adam Weishaupt. Aber der Name ist ja schon ein Programm. Ich meine, Adam, der erste Mensch, Adam und der erste Mensch Weishaupt. Also der Weise, weißes, weiße Haupt, illuminiertes, der erleuchtete, der erste erleuchtete Mensch. So kannst du es übersetzen, Adam Weishaupt. Also der Name an sich ist es auch schon, man sich halt fragt, hm, kommen wir da noch in andere Dimensionen rein? Aber ich kann dafür jetzt nicht wirklich Belege finden. Müssen wir halt einfach mal so Kuriosen hinnehmen. Aber ja, die haben sich dann eben noch sich selbst so lauter so Tarnnamen gegeben. Auch die Orte, Ingolstadt, das Zentrum des Ordens, wurde zu Eleusis. Was auch schon zeigt, in welche Richtung das geht. Eleusisch, die eleusischen Mysterien. Halt dieses, auch so ein Bild, was man ganz gerne in der Aufklärung benutzt hat. Und halt die freie Vernunft und die Glückseligkeit, die halt da rauskommt, wenn halt der Mensch dort befreit ist von diesen Strukturen. Und kann ich auch vieles da nachvollziehen aus der Zeit. Naja, das spiegelt sich halt überall wieder. München nannte man Athen, Tirol war die Peloponnese. Und Goethe, der auch Mitglied dann war beim Illuminatenorden, der hieß Abbares. Naja, und so haben die halt alle so Namen gehabt. Dieser Adolf Freier Knigge, übrigens genau der gleiche Knigge, von dem wir dieses Wort Knigge haben. Also gesellschaftliche Normen und wie man sich zu verhalten hat im Umgang mit anderen Menschen. Das ist derselbe Knigge. Das ist auch, um was es hier geht. Umgang mit den Menschen, das war sein wichtigstes Buch. Das ist der Knigge. Aber interessant ist eigentlich seine Figur. Viel interessant ist seine Figur, die er bei den Illuminaten hatte. Super einflussreich. Der hatte damals schon, weil der auch so vernetzt war, schon mit anderen Logen. Der und dann auch ein anderer Top-Illuminat, der Bode. Die haben halt dann wirklich prominente, einflussreiche Leute in diesen Orten reingeholt. Bis hin zu so absolute Fürsten. Also zum Beispiel den Ernst von Sachsen-Gotha oder Karl August von Sachsen-Weimar. Und gerade dieser Herzog Ernst von Sachsen-Gotha, der wird noch eine Rolle bei uns spielen. Das waren also sozusagen schon Fürsten und der hat die reingeholt in den Orden. Also ganz, ganz wichtiger Mann. Und das Problem war aber, dass es zwischen ihm und Weißhaupt dann sehr schnell auch zu Differenzen kam. Weißhaupt in vielen Dingen wird er auch so ein bisschen als fast schon Träumer dargestellt. So ein Idealist, während diese Typen halt eher so wirklich Dinge organisiert haben. Und da gab es dann schnell Zerwürfnisse auch, wer hat da mehr Einfluss? Und auch das hat dazu beigetragen, dass der Orden der Illuminaten sich nicht lange halten konnte. Offiziell. Also erstmal nur offiziell. Aber der hat eben viele von diesen Leuten reingeholt. Später dann allerdings ist er zum erbitterten Feind geworden von Adam Weißhaupt. Und hat dann versucht, seine Leute dann wieder eher in die Freie Mauerrei überzuführen. Das heißt, wir haben auch dort wirklich, die sind sich halt nicht alle einig. Was ja eh klar ist. Und es gibt da eine ganze Reihe von Geheimgesellschaften. Und wer da wen beeinflusst und wer wen übernimmt, das ist kein so einseitiges Spiel. Das ging da hin und her. Und das ist halt auch Spekulation, wie weit sich da wer durchgesetzt hat. Anderer wichtiger Mann hier, ich habe hier noch ein paar am Start. Also hier die wichtigsten Illuminaten vielleicht Adam Weißhaupt natürlich. Hier haben wir den Knicker schon gehabt. Das ist der erwähnte Bode, was ist der Name, wie heißt der denn ganz hier? Johann Joachim Christoph Bode heißt der. Auch der wichtiger Mann, großen Einfluss genommen. Was bei dem auch hier in unserer Illuminaten-Geschichte wichtig ist, nachdem der Orden dann verboten wurde, dann ist Bode einer von denjenigen, die nach Frankreich gegangen sind. Sofort danach. Und zwar noch vor 1789. Warum ist das wichtig? Weil 1789 startete die Französische Revolution, Sturm auf die Bastille. Der ist zwei oder drei Jahre vorher da hingekommen. Und das ist halt, wo diese Linie hingeht, dass man sagt, hey, die Illuminaten stehen verantwortlich für die Französische Revolution oder haben die halt mit angestiftet. Weil eben einer der wichtigsten Illuminaten aus Bayern dann oder aus Deutschland, der war ja gar nicht Bayern, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber dass die halt, dass die alle nach Frankreich gegangen sind. Nicht nur er, sondern andere auch. Da war noch ein wichtiger, wer war das noch? Genau, Franz Xaver von ZWAC. Deckname Kato. Der ist jetzt hier auf den Bildern nicht dabei. Aber der war auch ein super wichtiger Mann. Der ZWAC von Anfang an auch ganz eng mit Weishaupt. Und der ist auch nach Frankreich gegangen. Der ZWAC ist auch deswegen noch bekannt geworden, weil bei dem wurde dann in einer Razzia, die damals die bayerische Regierung gemacht hat, bei einer Razzia wurden bei dem ganz viele Mitgliederlisten gefunden. Und die Razzia beim ZWAC, die hat dafür gesorgt, dass man ganz viele Leute dann enttarnt hat und dann eben vor die Wahl gestellt hat, diesen Orden abzuschwören. Es ist auch bei der Verfolgung von dem Orden, die sind jetzt dann nicht alle dann irgendwie mit schwersten Strafen belegt worden. Manche sind ins Gefängnis gegangen. Bei anderen hat es schon gereicht, wenn die dann öffentlich abschwören und sagen, nee, ich mache jetzt auch nicht mehr mit. Vor allem die richtig strengen Gesetze, auch mit Androhungen der Todesstrafe kamen dann nur, wer jetzt neu solche Orden gründet oder jetzt neu solchen Dingen beitritt. Die, die schon drin waren, die hatten dann all die Möglichkeit zu sagen, ja, sorry, mea culpa und haben dann im Staatsdienst weitergemacht. Wie man auch beispielsweise der Knigge, der dann ganz groß noch Karriere auch gemacht hat. Und der Mann hier, der ist auch ganz wichtig, das ist der schon erwähnte Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg. Und der hat eine wichtige Rolle in diesem Spiel. Zum einen hat er dem Adam Weishaupt Asyl gegeben. Als der Orden verboten wurde, war natürlich auch Weishaupt unter Druck. Und es war klar, dass er in Bayern nicht mehr bleiben kann. Der ist zunächst nach Regensburg. Regensburg ist freier Reichsstaat, aber ganz sicher war er dort auch nicht. Und dann ist er, hat er eben an dem Hofe vom Herzog Ernst II. Hat er Asyl bekommen. In Gotha. Und tatsächlich gibt es in Gotha heute noch ein Haus, was man sich anschauen kann, mit dem, wo der Weishaupt gewohnt hat. Was es natürlich auch spannend macht, weil die Kenner unter euch werden jetzt schon wissen, ja, Sachsen-Coburg-Gotha, Coburg hier noch nicht, aber Sachsen-Gotha, diese Familie, die kennen wir doch. Ja, tatsächlich, der Ernst ist sozusagen ein Vorfahre von dem britischen Königshaus. Das britische Königshaus, bis zum heutigen Zeitpunkt. Die heißen ja nicht Windsor, das haben sie ja erst nach dem ersten Weltkrieg, oder beim ersten Weltkrieg, sich den englischen Namen gegeben. Aber die Familie heißt eigentlich Sachsen-Coburg-Gotha. Englisch, das Königshaus. Das sind diese Leute. Und da ist natürlich auch klar, wenn du jetzt diese Connection weißt, dann siehst du, oh, ey, ich meine, der war Illuminatenfreund, der hat den Weißhaut protegiert, ein Leben lang. Und danach ist diese Familie ein englisches Königshaus geworden. Könnte man jetzt natürlich ableiten, englisches Königshaus sind Illuminaten. Aber das ist dann wieder dieser Graubereich, wo es schwierig wird. Aber Fakt ist, der war ein großer Protégé. Ja, ey, wenn wir jetzt schon langsam reingehen in diese Themen, was ist aus dem Orden geworden? Weil das sind ja die großen Fragen. So viel jetzt zu den Fakten. 1785, Deckel drauf. Orden wurde verboten. Die Frage ist, ging das weiter mit dem Orden? Im Untergrund. Und wenn es weiter ging, in welche Richtung sind die gegangen? Das Ziel von Weißhaut war ja, das hat er auch ganz klar formuliert, schon diesen Umsturz herzuführen. Das war klar das Ziel. Und er hat auch eine Strategie entwickelt, jetzt gar nicht so sehr eine offene Revolution. Ich weiß nicht, ob er sich die Optionen in der Hinterhand gehalten hat, aber zu dem Zeitpunkt, wo die gegründet wurden, da wäre es nicht möglich gewesen. Zumindest nicht in Bayern. Also in Paris ging es ja dann wenige Jahre später. Aber bei uns wäre eine offene Revolution, weiß ich nicht, noch nicht möglich gewesen. Und die Strategie, die er entwickelt hat, war eben Infiltration. Infiltration, den Staat infiltrieren, Umerziehung, Schule der Menschheit, weißt du, durch diesen Orden. Und dann ganz viele junge, talentierte Leute einwerben, die umerziehen, die auf Linie bringen, auf diese klare aufklärerische Linie. Und dass die dann halt irgendwo in die Behörden irgendwann reinwachsen. Sodass du irgendwann halt einfach die Oberhand gewinnen kannst. Und so den Umsturz machen. Und ja, das war so die Idee von Adam Weishaupt. Und das ist natürlich die große, große Frage, der wir uns jetzt gegenüberstellen, wie erfolgreich war das? War es so erfolgreich, diese Art von Infiltrierung, dass wir heute die Illuminaten als geheime Weltregierung haben? Wie es viele Dinge auch glauben, mit was die Popkultur so ein bisschen spielt? Ist es so oder nicht? Das ist die große Frage. Aber ab jetzt verlassen wir sozusagen erst mal so diese reine Historie. Und ich würde mal sagen, ich widme mich jetzt mal hier meinen Büchern. Eigentlich reicht mir heute das Erste, weil dort die meisten von diesen Memos drin sind, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Und ja, okay, wir sind immer noch im Faktischen, weil diese Memos sind natürlich auch Fakten. Also es ist beides. Ihr werdet es sehen, wenn ich Dinge so langsam, aber sicher vorlese, um was es da geht. Und das ist einfach wirklich, ich mache es mir ja einfach, wenn ich einfach jetzt mich anhand von diesen Memos ein bisschen voran arbeite, weil da kommen wirklich fast alle wichtigen Sachen, die man mit den Illuminaten in Verbindung bringt. Und wir können da eins nach dem anderen mal so ein bisschen reingehen. Und vielleicht habe ich auch noch den einen oder anderen Gedanken dazu zu teilen. Ich lege mal los hier, Illuminatenprojekt Memo 1. Der erste Hinweis, den ich fand, steht in Violence von Jacques Ellul, Seabury Press, New York, 1969. Er sagt, dass die Illuminaten im 11. Jahrhundert durch Joachim von Flores begründet wurden und ursprünglich eine Lehre der Armut und Gleichheit verbreiteten. Später aber, im 15. Jahrhundert, wurden sie unter der Führung des Fra Dolcino gewalttätig, plünderten die Reichen und verkündeten die bevorstehende Herrschaft des Geistes. 1507, so schließt er, wurden sie von den Ordenskräften, von einer Armee, die der Bischof von Verquay befehligte, geschlagen. Er macht keinerlei Angaben über irgendeine Bewegung der Illuminaten, weder in den vorangegangenen Jahrhunderten noch in neuerer Zeit. Später am Tag werde ich noch mehr wissen. PS, in einer alten Ausgabe der National Review habe ich noch etwas über Joachim von Flores gefunden. William Buckley und Konsorten denken, Joachim sei verantwortlich für den modernen Liberalismus, Sozialismus und Kommunismus. Sie verdammen ihn in gewählter theologischer Sprache. Sie beschuldigen ihn der Ketzerei, das christliche Eschaton verwirklichen zu wollen. Ende erstes Memo. Superspannend. Allein gleich mal hier. Dieses Memo weist darauf hin, dass dieser Illuminaten-Orden vielleicht schon viel älter ist. Dass es nicht erst 1776 mit Adam Weishaupt gegründet wurde, sondern dass es eben vielleicht zurückgeht auf, in dem Fall hier auf Joachim von Flores. Joachim von Flores, das war im Mittelalter. Und das war so einer der größten Denker seiner Zeit. Und mit was der vor allem bekannt geworden ist, der hat so die Menschheitsgeschichte in drei Stadien eingeteilt. Wie beim Einzelmenschen auch der kindliche Mensch, dann der Mensch, der eben einen gewissen Grad von Reife erreicht und dann voll ins Handeln kommt. Und dann der alte Mensch, der dann so etwas wie Weisheit erreicht. Und das überträgt auf die ganze Menschheitsgeschichte, dieses historische Weltbild, was der da entwickelt hat. Und das beinhaltet halt natürlich, dass es dann an zwei Stellen so große Umbrüche gibt. Umbrüche der Ordnung. Die alte Ordnung muss weg, eine neue Ordnung kommt. Das ist eben so, Deutschland so theologisch oder philosophisch begründet. Und interessant auch eben dieser Gedanke, der hier schon aufgeführt wurde, dass eben schon Joachim von Flores auch diese Idee hatte von Armut und Gleichheit. Ich meine, hey, das sind tatsächlich die Dinge, die wir dann bis in unsere moderne Zeit ja so sehen, als Hauptmotive für unsere modernen politischen Theorien. Kommunismus. Ist ja nichts anderes. Warum überhaupt? Ich meine, warum hat sich einer wie Marx überhaupt Gedanken gemacht und wie ist er auf so etwas wie Kommunismus gekommen? Ja, weil es darum ging, irgendwie diesen alten Traum, den schon Joachim von Flores hatte, Gleichheit zu schaffen bei den Menschen. Und auch diese soziale Frage so. Und das geht eben weit zurück. Super interessant dann auch den Hinweis, den sie hier bringen auf Fra Dolcino. Den hatte ich auch erst letztens erwähnt. Witzigerweise hier. Und ich hatte Fra Dolcino erwähnt in der Sendung über Charles Manson. Weil das aber auch tatsächlich eine ähnliche Linie ist. Fra Dolcino, das war so ein Bettelmönch, eine Bewegung von Bettelmönchen. Das hat angefangen mit dem Franz von Assisi, ganz so Heiliger. Und dann kamen aber dann so diese Nachfolgegruppen. Und manche von denen, die haben dann aber dann nicht mehr nur gesagt, naja, wir müssen halt als Bettler leben und halt Armut und wir lehnen diesen ganzen Reichtum auch eben von der Kirche. Wir lehnen das alles ab. Sondern die sind dann irgendwann zu Gegnern der Kirche geworden. Sei es, weil sie sich in ihren eigenen Filmen immer mehr reingesteigert haben, aber auch, weil sie von der Kirche zu Gegnern gemacht wurde, weil die Kirche solche Leute halt verfolgt hat. Und so steigert sich das hoch. Und am Ende ist dann bei Fra Dolcino, das sind ja so richtig so Outlaws geworden. Und haben dann echt auch Verbrechen begangen, Vergewaltigungen und solche Sachen. Alles dann irgendwie in irgendeinem religiösen Hintergrund. Das ist spannend, dass das hier auch schon aufgeführt wird. Das sind eben diese alten Connections. Ob jetzt natürlich eine klare Traditionslinie ist von Adam Weishaupt zu Joachim von Fiore, dass da jedes Mal ein Großmeister nach dem anderen kam, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber im Geiste ist es tatsächlich eine wichtige Verbindung. Und die hört natürlich bei Joachim von Fiore auch nicht auf. Ich habe ja schon selbst erwähnt hier Platon und die Politeia, da sind wir schon in der Antike drin. Also es geht weiter zurück. So, schauen wir, was die nächste hier bringt. Illuminatenprojekt Memo 2. Meine zweite Quelle war etwas ergiebiger. Action Darol, A History of Secret Societies, New York 1961. Darol verfolgt die Illuminaten ebenfalls bis ins 11. Jahrhundert zurück. Nicht aber auf Joachim von Flores. Er sieht den Ursprung in der ismailitischen Sekte des Islam, auch bekannt als Orden der Assassinen. Diese wurden im 13. Jahrhundert besiegt, hatten später jedoch ein Comeback mit einer neuen, weniger zu Gewalttätigkeiten neigenden Philosophie und entwickelte sich schließlich zur heutigen, die gibt es heute immer noch, vom Aga Khan geleiteten ismailitischen Sekte. Im 16. Jahrhundert aber eigneten sich die Illuminaten Afghanistans, die Roshinaya, oh hey, das ist auch interessant, das darf, also diese kleine Abzweigung, da könnte man auch wahrscheinlich auch tiefer weitergehen, eignen sich die Illuminaten Afghanistans, die Roshinaya, die ursprünglichen Taktiken des Assassinenordens an. Sie wurden von mit den Persern vereinten Mongolen vertrieben. Ja, ähm, ich lese, das geht noch weiter, hier ist noch spannendes Zeug, aber, das Beginn des 17. Jahrhundert erlebte die Gründung der Illuminaten Spaniens, den Alumbrados, die durch ein Verdikt der großen Inquisition verdammt wurden. 1654 wurde die französische Öffentlichkeit auf die erleuchteten Guerinés aufmerksam und schließlich wurden die bayerischen Illuminaten am 1. Mai 76 von Adam Weishaupt, einem ehemaligen Jesuiten in Ingolstadt, gegründet. Noch heute vorhandene Dokumente weisen in verschiedenen Punkten Ähnlichkeiten zwischen den Illuminaten Deutschlands und Zentralasiens auf. Ähnlichkeiten, die man schwerlich bloßen Zufällen zuschreiben kann. Weishaupts Illuminaten wurden 1785 verboten. Dorel wähnt auch die Illuminaten in Paris der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts, also noch 100 Jahre später, weist aber darauf hin, dass es nichts weiter als eine vorübergehende Modeerscheinung war. Den Hinweis auf auch heute noch existierende Illuminaten lehnt er ab. Ja, ey, spannend, was hier jetzt alles aufgeführt wird. Die Assassinen. Vielleicht ein Wort dazu. Superspannende Geschichte, die Assassinen. Das war so eine Sekte, eine schiitische Sekte. Es gibt da eher die Sunniten und Schiiten im Islam. Und dann bei den Schiiten, da gibt es auch wieder verschiedene Gruppen und da gibt es die Ismailiten und das ist eine Sekte innerhalb der Schiiten. Und innerhalb der Ismailiten wiederum gibt es eine Sekte und das sind die Assassinen. Das ist wieder historisch bekannt. In der Zeit der Kreuzzüge sind so Tempelritter und Assassinen sind sich dort begegnet und da gibt es Aufzeichnungen darüber, diese Assassinen. und das ist eben auch so ein Orden gewesen. Das Wort Assassine steckt da auch in dem Wort Assassin, also Attentäter, Killer. Und die Assassinen so in der Kürze, die haben halt Politik gemacht, indem sie perfekte Attentäter gezüchtet haben. Wirklich gezüchtet. Also auch von klein auf mit Mind Control und allem. Und deswegen ist das schon wichtig. Das ist eine Tradition, die sieht man heute immer noch. Brauchen wir nur im Nahen Osten gucken, so Politik und überhaupt auch MK-Ultra und so weiter. Das ist dieselbe Tradition. Und diese Assassinen eben, die sollen das gemacht haben auch unter anderem mittels Drogen. Und da kommt auch das Wort Hashishin her. Also Hashish. Kommt von Hashishin. Arabisch für Assassinen. Das liegt also damit miteinander zusammen. Und sehr interessant. Auch da wieder, aber ob das eine Linie ist, weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Aber was wir erkennen, ist natürlich, dass es so gewisse Muster immer wieder gab. Also in dem Fall ist der Aspekt, der jetzt hier reinkommt, das ist der Aspekt Politik durch Terror. Also Terror und Attentate nutzen, um gewisse politische Interessen voranzubringen. Und das wird ja auch verquickt mit der Idee der Illuminaten. Ich meine, das haben die damals gar nicht gemacht, weil es auch ganz sicher keinen Attentat gemacht. Aber diese Tradition gab es auf der Welt halt schon öfter. Sehr, sehr spannend. Und dann eben auch, wie sie das dann übertragen, halt Richtung französische Revolution und so weiter. Und interessant auch hier, dass eben im 17. Jahrhundert in Spanien auch solche Gruppen aufgetaucht sind. die Alumbrados. Also der, der das jetzt hier geschrieben hat, versucht halt darauf hinzuweisen, auf diese Tradition. Wir gehen mal weiter. Illuminaten-Projekt Memo 3. Die Enzyklopädie, Enzyklopädie Britanniker, weiß wenig zum Thema zu sagen. Surprise. Aber sie sagen immerhin, Illuminaten, Mitglieder einer kurzlebigen Bewegung republikanischer Freidenker. Ich meine, ich bin auch ein republikanischer Freidenker. Weißt du, das ist manchmal schwierig bei dem Thema. Von Adam Weiß, um die Gründin, blablabla. Hat er dann verschiedene Einfluss genommen mit Kniggenessen, als die Dinge, die ich schon erzählt habe. Das System übte eine starke Anziehungskraft auf Literaten wie Goethe und Herder aus. Und sogar regierende Fürsten von Gotha und Weimar. Haben wir ja schon erzählt hier. Ernst II. ist zum Illuminaten geworden. Und da eben auch solche Geistesgrößen aus der deutschen Klassik wie Goethe und Herder. Das sind jetzt keine No-Name-Typen. Die waren auch damals schon bedeutend. Also Goethe ist auch zu seiner Zeit, galt er auch schon als einer der größten Köpfe. Und die haben sich da auch angezogen gefühlt. Das heißt, das ist echt nicht, was dieses Thema, heute denkt man sich, ja, beschäftigen sich ja nur irgendwelche Aluhutfreaks irgendwie damit. Aber ey, dieses Thema hat damals schon auch eine große Anziehungskraft gehabt. Aber es sind halt Kinder ihrer Zeit. In ihrer Zeit wäre ich ja auch dabei gewesen. Weil hey, man muss sich aus dieser Kirche befreien und aus diesem absoluten Herrschertum und so weiter. Und so ist es halt entstanden. Das kann man vielleicht eh so sagen, dieses ganze Ding mit den Geheimgesellschaften, die sind halt auch entstanden, weil du halt gewisse Dinge damals gar nicht sagen konntest. Das, wovon die reden, also auch Freiheit des Einzelnen, das Ende von diesen ganzen Erbhöfen, von diesen Monachen, Ende Christentum. Ey, wenn du solche Dinge damals öffentlich gesagt hast, da bist du verfolgt worden. Du wurdest entweder verbannt, musstest nach Amerika auswandern oder sonst wohin, oder du wurdest eingesperrt. Schlimmsten Falles wurdest du vielleicht auch umgebracht, Todesstrafe. Das ist auch, es gab solche öffentlichen Debatten also nicht. Du konntest keine Debatten öffentlich führen. Und dann ist ja klar, zwangsläufig ist die Reaktion dann, dass dich die Leute in so Clubs und Logen organisieren, wo die dann halt meinen, frei darüber zu sprechen zu können. Das ist überhaupt ein Grund, warum ich auch ja voll dafür plädiere, in allem, was ich hier auch tue, hier mit euch auch, ey, teilt dein Wissen, teilt euer Wissen, nicht das irgendwo hinter, im Berg halt, hinter Logen, weil dann verselbstständigt zieht das auch irgendwo. Aber damals konnten die natürlich das nicht so frei machen. Und das ist, aber wenn es dann eben in diese Geheimgesellschaften reingeht, dann droht auch immer, dass es sich zu was Selbstständigen irgendwann wird es halt gemauscheln und irgendwann entstehen dann da diese komischen Hierarchien und so weiter. Deswegen bin ich grundsätzlich bei allen Arten von Geheimgesellschaften eher sehr skeptisch und weil das eben zwangsläufig dann in diese Richtung führt oder zu führen droht. Und damit es aber erst gar keine Geheimgesellschaften, dass die entstehen, brauchen wir auch ein freies Klima. Wenn wir überall Zensur haben, dann entstehen genau diese Strukturen. Das ist auch mal nur mitgenommen in unsere heutige Zeit, warum ich auch immer für gedankenfrei, meinungsfrei plädiere. Weil wenn du anfängst, Dinge zu verbieten und so weiter, du kriegst dann, die Leute sind immer noch da. Nur ziehen die sich dann zurück ins ganz Private und spinnen dann dort ihre Dinge weiter, sodass es dann, so entstehen Geheimgesellschaften. Deswegen sind in dieser Zeit auch so viele entstanden und per se ist jetzt also nicht jede Geheimgesellschaft schlecht oder böse oder finster, sondern du konntest solche Dinge einfach damals auch nicht öffentlich machen. Aber viele von denen haben dann eben auch diesen sinisteren Weg, sind die dann gegangen. Ich mach mal ein bisschen weiter hier. Oh, da muss ich mal kurz voranschreiten. Nehmen wir mal hier zum Projekt Memo Nummer 5. Das ist auch interessant hier. Manchmal findet man Sachen in den unglaublichsten Winkeln. Das folgende stammt aus einem Magazin für junge Mädchen. Die Verschwörung von Sandra Glass, Teenset, März 1969. Und das ist das Coole an dem Buch. Also diese Dinge stimmen alle. Es gibt wirklich dieses Magazin und es gibt wirklich diesen Artikel drin, der März 1969 erschienen ist. Das ist halt das Coole. Was dann im einzelnen Artikel drinsteht, ist jetzt, weiß ich nicht, ob das, was jetzt kommt, ob man das so eins zu eins als Wahrheit nehmen soll, aber die Artikel gab es. Das ist halt das Spannende bei diesen Sachen hier. Aber das ist abgefahren. Jetzt pass auf. Das ist sozusagen Auszug aus diesem Artikel aus Teenset. Simon fuhr fort, mir von den bayerischen Illuminaten zu erzählen. Diese beklemmende Geschichte nahm 1090 nach Christus im Mittleren Osten ihren Anfang als Hassan Isaba, die ismalitische Sekte oder die Hashishim, so benannt wegen ihres Gebrauchs von Hashish, einer tödlichen Droge, die aus jener Hanfpflanze gewonnen wird, die besser als das Killerkraut Marihuana bekannt ist. Die Sekte terrorisierte die mohammedanische Welt, bis Genghis Khan und seine Mongolen in diesem Gebiet für Ruhe und Ordnung sorgten. In ihrem Versteck in den Bergen in die Enge getrieben erwiesen sich die süchtigen Hashishim nicht als ebenbürtige Gegner für die sauber lebenden mongolischen Krieger. Ihre Festung wurde zerstört, ihre Tänzerin zur Resozialisierung in die Mongolei geschafft. Naja, die Köpfe der Sekte setzten sich in Richtung Westen ab. Das ist natürlich ein spannendes Ding, wieder diese Connection zu den Ismailiten, aber dann auch dieser Fokus auf den Hanf. Und das geht hier noch ein bisschen weiter und das ist wichtig auch. 1776 kamen die Illuminaten in Bayern erstmals wieder an die Oberfläche, erzählt mir Simon. Adam Weishaupt, Studioses des Okkulten, studierte die Lehren des Hassan Isaba und baute hinter seinem Haus Hanf an. Also Adam Weishaupt hat hinter seinem Haus Hanf angebaut. Am 2. Februar 1776 erlangte Weishaupt die Erleuchtung. Weishaupt gründete dann ganz offiziell die alten, erleuchteten Seher von Bayern. Ihr Wahlspruch war ewige Blumenkraft. Sie zogen viele lustre Mitglieder an, wie etwa Goethe, Beethoven. Beethoven befestigte ein ewige Blumenkraftposter an der Wand über dem Klavier, an dem er alle neuen Symphonien komponierte. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt stimmt so genau. Das ist wert, weißt du? Aber das ist natürlich hochspannend und zieht sich in dem Buch ja auch ganz durch, dass hier sozusagen gesagt wird, dass ewige Blumenkraft der Wahlspruch der Illuminaten ist. Hey, von ewige Blumenkraft ist der Schritt nur ein ganz kurzer Sprung zur Flowerpower. Und da sind wir wieder bei einem Thema, was ich auch schon so oft beschäftigt habe hier, diese Verwicklung von Flowerpower und irgendwie einem Tiefenstart und irgendwelchen okulten Gruppen und wo es da um Macht geht. Also was eigentlich alles gar nicht mit Hippie und Sex, Drugs, Rock'n'Roll zu tun hat, aber scheinbar nicht zu tun hat, aber eben dort zusammenfließt. Und auch bei der ganzen Geschichte um Manson so letztens, da kommt dieses Thema auch immer wieder vor. Und das finde ich interessant, dass die das halt hier verbinden sozusagen mit Adam Weishaupt. Das ewige Blumenkraft, Flowerpower, das ist eben eigentlich ein Illuminatenspruch. Das ist natürlich auch wieder spannend hier von 1969, jetzt versetzt euch in die Zeit rein. Ende 60er Jahre, diese ganze Hippie-Bewegung. Ich meine Leute, die Leute wie wir, die sich damit so Kram beschäftigt haben, was meinst du, was bei denen im Kopf für ein Eureka aufgegangen ist, als die gecheckt haben, diese, und das sind wieder historische Fakten, dass dieser Adam Weishaupt Hanf angebaut hat. Weil das stimmt wiederum. Der hat den Hanf angebaut. Und da kommen natürlich dann so Leute, dann die Connection hin zu den Haschischien, den Assassinen, die ja auch Hanfbauern waren. Die hatten ja dieses edle Haschisch gemacht, mit dem sie sozusagen durch Mind Control dort ihre perfekten Soldaten hochziehen, ihre perfekten Attentäter. Und die Linie, das hat wahrscheinlich bei Leuten echt bang gemacht. Und das ist ja auch tatsächlich interessant, diese Connection mit dem Hanf. Weil einer der Großen, und da würde ich jetzt sagen, das ist ein Mythos. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz, nicht hundertprozentig sicher, aber ich, wenn ihr mich fragt, ich glaube, das ist ein Mythos, ist die Geschichte, dass Adam Weishaupt, nachdem er in Bayern, Europa so unterdrückt wurde, dass er dann nach Amerika gegangen ist. Und dass Adam Weishaupt, vielleicht kommt es auch nachher noch in so einem Memo, aber ich greife es jetzt schon auf, und dass Adam Weishaupt dann in Amerika den George Washington umgebracht haben soll und an seine Stelle getreten ist. Das ist eine ganz große Geschichte auch, dass Adam Weishaupt und George Washington ein und dieselbe Person sein sollen. Also der echte Washington ist dann halt umgebracht worden. Und warum? Weil eben auch George Washington, und auch das ist wiederum historischer Fakt, auch der ein Hanfbauer war. Auch der hat in seinem Haus Hanf angebaut. Und das natürlich jetzt für die kiffenden Hippies damals Ende 60er, weißt du, wenn du irgendwann an der Universität Berkeley warst, hast du dich mit dem Kram beschäftigt. Wow. Ey, die haben damals also schon Hanf gehabt. Das waren Haschischraucher, diese Leute. Und dann geht es noch zurück auf diesen Hassan Isaba, der, wo das Wort Haschisch sogar schon herkommt. Klar, das ist Dion Feier gesetzt. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, die dann in der Popkultur dann ganz groß geworden ist. Aber ganz ehrlich, da bin ich sehr skeptisch, dass Adam Weishaupt und George Washington dieselben sind. Ich glaube es nicht. Spricht zu viel dagegen aus meiner Sicht. Aber hey, die Geschichte mit dem Hanf. An der Stelle möchte ich euch nochmal noch eine Geschichte erzählen. Eine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Und das ist wirklich, ich weiß, die Geschichte, sie klingt so unglaublich, aber so wie ich es euch erzähle, so habe ich es erlebt. Ich erzähle euch kein Bullshit. Das ist die Wahrheit. So habe ich es erlebt. Die Geschichte ist auch schon ein paar Jahre her. Über 15 Jahre, 15 bis 20 Jahre. Es ist also schon verjährt, sollten jetzt irgendwelche juristischen Dinge aufkommen. Sei es verjährt, sei es nicht von gestern. Deswegen kann ich es frei erzählen. Also, zu dem Zeitpunkt bin ich nach München gefahren. Weil in München war ich eingeladen, habe mich da getroffen. Und ich war aber zu früh unterwegs. Habe ein bisschen viel Zeit gehabt. Was auch okay, aber ich mache das manchmal so. Und dann, ich war mit dem Auto unterwegs und dann, so als ich schon vor München war, habe ich mir gedacht, ich bin noch viel zu früh. Ich könnte mir doch mal, ich könnte doch jetzt mal einen Abstecher mal nach Ingolstadt machen. Ich fahre immer an der Auto, war mir schon so oft vorbeigefahren an Ingolstadt und die Ausfahrten und so. Und an dem Tag hatte ich Zeit, dachte ich mir, komm, das kannst du jetzt mal machen. Das ist ein, zwei Stunden nach Ingolstadt, du schaust mal die Altstadt an, soll sehr schön sein, Kaffee trinken. Und ich war alleine, hatte Zeit und parke mein Auto und gehe dann so nach Ingolstadt rein. Schöne Stadt auch, wirklich empfehlenswert, Kleinstadt in Bayern, schöne Altstadt auch. Und ich lende so rum und bin halt voll so in Gedanken und kannte ja damals diesen ganzen Kram schon. Aber wenn mir Gedanken gemacht, so Ingolstadt, Adam Weishaupt, auch Frankenstein, die Geschichte von Frankenstein, die spielte er auch hier in Ingolstadt und war da so in Gedanken so und lauf so rum und bin wie ferngesteuert und plötzlich stehe ich vor so einem Gebäude, das heißt, die alte Anatomie. Und ich schaue mir so an, die mir, wow, das ist ja cool, alte Anatomie Ingolstadt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt, aber Anatomie, das ist ja ein Bereich der medizinischen Fakultät und das ist ja dann da, wo die Universität, wo also hier der Frankenstein studiert hat. Ich weiß, Frankenstein ist eine literarische Figur von Mary Shelley, aber diese Geschichte spielt halt da in Ingolstadt, genau an dieser Fakultät. Und ich meine mich zu erinnern oder damals meinte ich mich zu erinnern, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt oder nicht, aber damals meinte ich mich zu erinnern, hey, dass es doch, glaube ich, sogar in dem Frankenstein-Buch auftaucht, diese alte Anatomie Ingolstadt. Ich verstehe da ganz fasziniert, so, hey, wow, ich wusste gar nicht, dass es so wirklich gibt. Und dann ist dann so ein, das ist ein schöner Bau, so ein Barockgebäude, dann so ein großes Toreinfahrt und dann ist da so ein Pfeil gewesen, so ein Wegweiser, Heilkräutergarten. Ja, sowas interessiert mich sowieso und ich gehe dort rein, Heilkräutergarten, das war dann sozusagen im Innenhof von dieser alten Anatomie. An dem ganzen Tag, kein Mensch dort, niemand, Tür einfach auf, also ich musste nicht mehr irgendeine Tür aufmachen, das war einfach ein offener Durchgang und niemand dort. Und ich bin so in diesem Heilkräutergarten und total fasziniert und voll on fire, so, was sind, szeniere so drüber nach, Frankenstein, Weißhaupt, alte Anatomie, Heilkräuter und wie das alles läuft und bin so völlig in Gedanken versunken, so, war ja auch allein unterwegs, mich noch niemand unterhalten, war ganz allein in meiner Welt, so, und als ich in diesem Zustand bin, registriere ich so, auf einmal komme ich wieder so ins Tagesbewusstsein und ich registriere, dass ich die ganze Zeit vor einer Pflanze stehe und mein Blick total fokussiert ist auf so eine Pflanze, nur habe ich das Ganze ja nicht wahrgenommen, weil ich halt im Kopf irgendwie ganz anders war, aber auf einmal registriere ich das, sag mal, was sehe ich denn da? Das Blatt kenne ich doch, so, so, fünf, fünffingriges Blatt, das ist ein Hanfblatt, schaue ich mir so an, verdammt, da steht da echt eine riesengroße Hanfpflanze vor mir, das war auch im Herbst, das Ding in voller Blüte, so, also richtig dicke Dolden und Batz dran, und ich stehe da so davor und denke, das ist ja krass, und das habe ich echt getroffen, wie, das gibt es ja gar nicht, weißt du, ich bin da voll so versunken, auch in dieser Materie, jetzt bin ich gelandet in der alten Anatomie und jetzt stehe ich in dem Heilkräutergarten der alten Anatomie, jetzt stehe ich vor der Hanfpflanze und in meinem Kopf so, das ist, ey, vielleicht ist das das Adam-Weishaupt-Hanf, weißt du, das ist so, 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 die, die selbe, aus den selben Samen gewachsen und der Weishaupt wiederum, weil ich ja diese Sachen schon kannte, wow, der hat vielleicht Zugriff gehabt zu den, zu den Samen, die der Alte vom Berge, also Hassan Isaba mit den Assassinen gegründet hat, kommt auch hier in dem Buch, kommt das immer prominent vor, auch das Edelhaschisch aus Alamud, und in dem Buch nennen sie dann ihr Haschisch das Black Alamud, so das Edelste Haschisch der Welt, das Beste der Welt von Hassan Isaba und dessen Pflanzen sozusagen sind dann weitergewachsen dann irgendwann bei Adam-Weishaupt und ich stehe verdammt noch mal vor so einer Pflanze, die in voller Blüte steht, das gibt es ja gar nicht, zu krass. Und dann, naja, dann habe ich überlegt, soll ich jetzt was mitnehmen von der Pflanze? Ich habe dann auch tatsächlich halt die, mental sozusagen, da um Erlaubnis gefragt, die Pflanze, da kann ich mir was abnehmen, natürlich nicht die ganz plündern, aber das war ein Riesending und dann habe ich mir halt dann so einen großen Butt dann dort abgeschnitten, habe den eingesteckt und fahre ja, allein diese Geschichte für mich selber, so krass, das ist so was ich halt so irre. Na ja, dann gehe ich wieder zurück zu meinem Auto, leg den Butt halt so hinten auf die Rückbank und fahre halt weiter, das ist nicht mehr weit nach München und kaum fahre ich auf die Autobahn, ich bin noch keinen Kilometer gefahren und ich bin auf der Autobahn, im fließenden Verkehr, kommt auf meine Polizei, so ein Kelle, so. Und ich meine, das ist ja auch nicht so oft, dass jetzt wirklich von der Autobahn als einzelner Dude direkt musst jetzt hier rechts am Seitenstreifen, ja. Oft gibt es mal eine Kontrolle oder so, das kann ja sein, also Routine halt, aber das war irgendwie, und als es dann kommt, da habe ich mir gedacht, shit, ja, ich bin die Art in der Weißhaubfalle getappt, weißt du, jetzt habe ich hier das hinten am Rückbank liegen und jetzt kommt Polizei und jetzt kriege ich Stress, weshalb ich schon gedacht, ich bin in der Weißhaubfalle gelandet, da haben wir einen Trick gespielt oder so. Aber der Witz war, es war dann nur, ja, eine ganz banale Kontrolle, das ist auch ganz eigenartig, also die haben mich halt nur gefragt, irgendwie Führerschein, Papiere, das ist üblich, gezeigt und dann, ja, fahr weiter. Die haben sonst nichts, die haben mich nicht gefragt, wo ich war, die haben auch nicht gefragt, ob ich gerade in Ingolstadt war, die haben auch nicht gefragt, ob ich irgendwas mit dabei habe, auf meiner Rückbank, was nicht erlaubt ist. Aber ich hatte so das Gefühl so, verdammt, jetzt haben mich die Illuminaten, jetzt haben sie mich am Arsch, weißt du. Ich komme da raus, und jetzt geht es los. Und das war aber dann gar nicht der Fall. Und dann, ja, alles gut, schöne Fahrt und bin ich weitergefahren. Keine Ahnung, was das sollte, diese komische Kontrolle, die auch nichts bewirkt hat. Naja, wie auch immer, also es ist eine wahre Geschichte, no shit. Ich muss euch allerdings die Geschichte auch noch zu Ende erzählen, weil auch da Wahrheit und Mythos, weißt du. Und bei der Geschichte, das ist Wahrheit. Aber zur ganzen Wahrheit gehört dann auch hin, dass dann, weil ich habe dann nicht gedacht, hey, boah, ich habe das Große losgezogen. Ich habe das Adam-Weißhaut-Gras, weißt du, das edelste Black-Alemut, das ist das Beste von der Welt so. Und da muss man sagen, ich habe dann auch davon geraucht, aber das Rauchen war dann eher eine Enttäuschung. Es ist eher ein sehr THC-armer Hanf. Und deswegen auch an alle da draußen, ihr müsst jetzt nicht nachahmen, schaut euch das gerne mal an. Ingolstadt, alte Anatomie, Heilkräuter-Garten, Heilkräuter-Garten ist immer interessant, nicht nur wegen dem, aber es sollte diese Hanf-Pflanze dann noch sein, ihr braucht sie nicht zu plündern oder sowas. Es ist ein THC-armer Hanf, der andere Heilwirkung wahrscheinlich hat. Aber es ist eben nicht das... Ah, der Meißhaut-Grasse. Aber hey, die Story damals, krass, ja. Ewige Blumenkraft. Ich lese mal hier noch ein bisschen weiter, weil es kommt dann, das geht dann immer tiefer in den richtigen weird-Stuff rein hier. Memo 6, die John-Burge-Society, das ist halt auch interessant. Du kriegst all diese, ja, was halt so in Amerika abgelaufen ist, gerade in den 60er-Jahren. Counter-Culture und dann auch wieder dieses konservative, wenn nicht gar reaktionäre Amerika, John-Burge-Society. Und das ist so interessant, wie die ganzen Informationen, die du da bekommst. Weil das hat auch alles Einfluss auf uns, das kriegen wir noch gar nicht mit, aber ey, der Einfluss auch in unsere, dem, was wir so Truth-Er nennen, aus Amerika ist halt riesig. Das ist halt die Popkultur. Es kommt halt aus Amerika. Diese ganzen Dinge so, ey, früher hat das kein Mensch gewusst bei uns in Deutschland. Das sind auch sehr viele amerikanische Sachen, wo das herkommt. Also hier, John-Burge-Society, die haben sich mit dem Gegenstand befasst und sie haben ihre eigene Theorie. Die erste Informationsquelle, die ich dazu fand, ist eine kleine Broschüre, CFR, das ist der Council on Foreign Relations, CFR, Conspiracy to Rule the World, von Gary Allen. Gary Allen, auch ein Mann, den ich absolut empfehlen kann. Also bei dem Thema, Gary Allen, der hat eben schon in den 60ern wegweisende Bücher zu dem Thema geschrieben. Gary Allen sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, so dem seine Arbeiter. Aber spannend, was jetzt kommt. Allens Behauptung zufolge gründete Cecil Rhodes 1888 einen Geheimbund, um die englische Vorherrschaft auf der Welt zu etablieren. Hey, das haben wir auch schon gehabt. Erinnert ihr euch an die Gespräche, die ich mit Wolfgang Effenberger hatte? Cecil Rhodes, dieser Geheimbund, englische Weltherrschaft. Das ist echt spannender. Ich lese mal weiter hier. Dieser Geheimbund wirkt von der Oxford-Universität, der Rhodes-Stiftung und vom Council on Foreign Relations aus. Einer gemeinnützigen Stiftung für das Studium internationale Angelegenheiten mit Sitz mitten in New York, gleich hier an der 68. Straße. Allen hebt hervor, dass sich sieben der letzten neuen Außenminister aus der CFR, aus dem Council on Foreign Relations, rekrutierten, sowie Dutzende anderer leitender Politiker, Richard Nixon eingeschlossen. Wenn auch nicht direkt ausgesprochen, so wird sinngemäß angedeutet, dass William Buckley Jr. ebenfalls ein Werkzeug der CFR ist und es wird vermutet, dass die Bankeninteressen der Morgens und Rothschilds die ganze Geschichte finanzieren. Was hat das nun mit den Illuminaten zu tun? Gute Frage. Mr. Allen macht da bloß Andeutung, bringt Rhodes aber mit John Ruskin in Verbindung und Ruskin mit früheren Internationalisten und stellt schließlich fest, dass der Urheber auf dem profanen Niveau dieser Art Geheimbund Adam Weishaupt war, den er das Monster, das den Illuminatenorden am 1. Mai 1776 gründete, nannte. Ja, was ist hier spannend? Das ist eben diese Verquickung. Bisher reden wir ja nur bei den Illuminaten von, das ist eine deutsche Bewegung, Aufklärung und so weiter. Jetzt hier wird auf einmal diese Verbindung hergestellt zwischen den Illuminaten und zwischen den englischen Geheimgesellschaften. Und das ist ja auch ein Riesenthema. Haben wir hier schon gehabt, über die Cecil Rhodes haben wir schon gesprochen, Cecil Rhodes Stiftung und wer meine Arbeiten kennt, auch zu diesem Venedig-Thema, der weiß auch, die englische Geschichte, die hat auch eine ganz eigene Linie an Traditionen, auch an Traditionen von Geheimgesellschaften, von Freimaurerei, von Logentum und so weiter, was auch eben in diese venezianische Geschichte reingeht. Aber hier wird das sozusagen auch in Verbindung gestellt. Das ist halt letztens der, Adam Weishaupt so der Prototyp war einfach von dieser Idee von Geheimgesellschaften, die dann die Welt regiert. Und die bringen das jetzt aber zusammen mit diesem englischen Ding und auch mit frühen Internationalisten. Hey, frühe Internationalisten, das ist das, was wir heute NWO nennen. Globalisierung. Damals, das gab es halt im 19. Jahrhundert, gab es auch schon Leute, die so Vordenker waren. Hatten wir schon bei dem Thema da mit dem Effenberger zusammen auch darüber gesprochen. Jetzt geht auch ein bisschen weiter, es wird immer freakiger. Memo 7. Das hier ist aus einer kleinen Zeitung in Chicago, 1969. Kein Historiker weiß, was mit Adam Weishaupt geschah, nachdem er 1785 aus Bayern ausgewiesen wurde und Eintragungen im Tagebuch Washingtons nach diesem Datum drehen sich häufig um die Hanfernte am Mount Vernon. Ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ich meine, es gibt schon Historiker, die eine andere Geschichte erzählen, die daneben sagen, dass der Adam Weishaupt ja dann hier bei seinem Protégé, beim Ernst, Herzog Ernst II., dass der dort ja noch gelebt hat. Der hat ja noch Bücher geschrieben, der Weishaupt. Jede Menge, also mehrere Bücher, wo er auch nochmal seine ganze Ideologie von dem dann schon verbotenen Orden nochmal zeigt, wo er sich auch selbst rechtfertigt irgendwie so. Das sind interessante Bücher, die Weishaupt er da noch geschrieben hat. Also, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Kein Historiker weiß, was aus ihm geworden ist. Jetzt geht es halt hier um dieses Narrativ, dass sich das mit Washington so verschränkt. Und, ähm, ich lese mal nochmal weiter hier. Die Möglichkeit, dass Adam Weishaupt George Washington ermordete, seinen Platz einnahm und für zwei Amtsperioden unser erster Präsident war, ist nun bestätigt. Die beiden Hauptfarben der amerikanischen Flagge, das bisschen blau in der linken oberen Ecke, lassen wir mal weg, sind rot und weiß. Das sind auch die offiziellen Farben der Hashishim. Die Flagge, wie auch die Pyramide der Illuminaten, sind beide in 13 horizontale Sektionen unterteilt. 13 steht natürlich für den traditionellen Code für Marihuana und in dieser Bedeutung unter anderem bei den Hells Angels noch heute in Gebrauch. Ja, und das hat das hier die Hells Angels auftaucht. Ich meine, ey, das ist halt schon spannend bei dem Thema, dass immer diese roten Fäden kommen. Hells Angels hat mir erst letztens, als ich über Altamon Festival gesprochen habe, nein, es war wieder ein Festival, Altamon Free Concert 1969 im Summer of 69, da spielen auch die Hells Angels eine entscheidende Rolle. dass immer wieder diese Dinge auftauchen, so spannend. Naja, und da geht es also auch jetzt sozusagen um dieses neue Narrativ, wie dann Weishaupt und Washington verflochten werden und ja, beides halt so die gemeinsame Grundlage ist halt die Liebe zur Hanf. Weird. Nächstes hier. Trotz der Tatsache, dass sein Anlitz auf Billionen von Briefmarken und Dollarnoten erscheint und sein Porträt in jedem öffentlichen Gebäude des Landes hängt, ist niemand so recht sicher, wie Washington wirklich aussah. Geht also weiterhin um diese Frage und es kommt dann auch, als nächstes dann auch, geht es dann um dieses Symbol des Auges in der Pyramide und vielleicht ist das auch ein Ding, wo wir mal nochmal ein größeres Thema aufmachen wollten. Jeder kennt das von euch. Wir wissen alle, auf dem Dollarschein ist das große Siegel der Vereinigten Staaten und da ist dieses Auge der Pyramide drauf. Das große Siegel der Vereinigten Staaten ist auch tatsächlich historisch. Das ist in derselben Zeit, also Ende 18 des Jahrhunderts ist dieses Siegel entstanden. Das wurde dort designt. Auf die Dollarnote ist es übrigens erst in den hier in den 40er, 50er Jahren draufgekommen. 30er, 40er. Da habe ich doch auch mal eine eigene Sendung drüber gemacht. Über die Geschichte mit dem Nikolaus Röhrig. Das könnt ihr nochmal reinschauen. Da erzähle ich euch, wie eigentlich dieses Symbol auf den Dollar gekommen ist. War nicht schon immer drauf. Aber das Siegel ist historisch. Aber was ich mich schon lange frage, ist, warum für alle Welt das als ausgemacht gilt, dass das Auge in der Pyramide Symbol, das ist das Illuminaten-Symbol. Ich weiß, ganz ehrlich, auch jetzt in der Recherche, ich weiß nicht genau, woher das eigentlich kommt, weil die Illuminaten, die hatten schon ein Symbol und das war aber dieses hier. Das ist das Symbol offiziell, was Adam Weishaupt und die Illuminaten hatten. Und das ist auch interessant, das ist eine Eule, die auch auf der Dollarnot auftaucht. Ihr wisst, kennt ihr wahrscheinlich die Story. Sonst regiert es mal nach. Ganz, ganz klein, kannst du eigentlich nur mit einer Lupe sehen und in einer Ecke taucht, es ist eine Eule dort. Und tatsächlich, das ist das Symbol hier von dem Orden der Bayerischen Illuminaten. Die Eule mit dem Buch. Und das sagt auch schon ganz viel ausfindig. Es ist eben Buch, es ist Buchweisheit, das ist Aufklärung, das ist dieses Lesen. Das ist auch eben, wo aus meiner Sicht auch so eine Beschränkung herkommt von diesen Leuten. Zum einen bin ich ja auch in dieser Tradition. Ich fühle mich ja auch als Aufklärer und ich fühle mich denen auch verbunden in vielen Dingen. Und auch ich habe ja im Leben schon viele Bücher geschrieben. Aber auf der anderen Seite weiß ich aber, das reines Buchwissen hat erstmal gar nichts. Das ist letzten Endes Theorie. Viel wichtiger ist, was du selbst erfährst. Und das taucht natürlich bei diesen ganzen Illuminaten immer nie auf. Selbsterfahrung, deinen eigenen Spirit finden, Seele. Sowas kommt doch nicht vor. Das heißt, aus meiner Sicht ist es wieder so, ich bin da zwischen zwei Lagern. Ich sehe auf der einen Seite die Feinde der Illuminaten und das war halt die Kirche und diese alte Herrschaft. Und da bin ich völlig dabei. Das wäre auch meine Gegner. Aber auf der anderen Seite, die sind wie so ein Pendel und die gehen dann ins Gegenextreme rein und verleugnen dann alles, auch Seelenhafte, sondern kommen halt zu diesem reinen Buchwissen und so. Was aber doch auch interessant ist. Aber das ist halt so, ja, wie zwei Extreme, die sich da, wie so ein Pendel, was so hin und her schwingt. Und unseinst irgendwo in der Mitte so. Aber trotzdem ist es interessant hier, also das Buch als Symbol und natürlich die Eule. Das geht zurück auch auf die Antike. Die Eule war schon Symbol hier von Athen. Athene, auch Götter in der Weisheit. Aber auch dann die römische Variante ist dann Minerva. Und ich glaube, das ist was die hier so, die nennen es so, das ist die Eule von Minerva. Das ist Symbol für Weisheit. Und auch da, bei der Eule, das ist mittlerweile so mit diesen Symbolen, das ist schon so negativ behaftet, ob das jetzt beim Bohemian Grove ist, wo auch diese komische Eule ist, die sie da Moloch irgendwie anbeten und die Eule auf den Dollarschein, dass Eule so als negativ gilt. Aber mal rein von der Tour, das ist Eule, ich kann verstehen, warum das so ein interessantes Symbol ist. Aber ich meine, die Eule, die lebt in der Nacht. Ihre Augen sind so gut, die können das Dunkel durchdringen. Die Eule kann durch das Dunkle schauen. Also das ist im Sinne so symbolisch, das Wissen, du hast den Blick, du hast den Blick dafür, du siehst was. Und die Eule kann auch ihren Kopf in alle Richtungen drehen, wie so ein Leuchtturm irgendwie. Also auch das, sie hat den totalen Überblick und im Dunkeln. Ja klar, das ist ein Symbol für Weisheit. Das haben die Leute schon immer gehabt. Das war in der Antike so, weil das ist einfach, ey, Eule, weißt du, Brain. Das war aber eigentlich das Symbol von den Illuminaten. Die Illuminaten selber haben nie das Symbol des Auges in der Pyramide benutzt. Woher kommt das aber? Na gut, das Auge der Pyramide ist definitiv ein Freimaurer-Symbol. Und ich hatte es euch ja schon gesagt, es gibt halt ständig diese Überschneidung zwischen Illuminaten und Freimaurer. Die Illuminaten, die wiederum die Freimaurer infiltrieren, um Zugang zu bekommen an deren Pool und an deren Strukturen und an deren Einfluss auch. Und umgekehrt aber auch, gab es bei den Freimaurern, es gibt da ständig verschiedene Gruppen so. Und die Freimaurer, die haben dieses Auge in der Pyramide-Symbol benutzt. Aber auch die haben es nicht erfunden. Das ist auch so, ey. Die Freimauer, also dieses Symbol Auge in der Pyramide, das ist viel älter. Du findest das in der Kunstgeschichte bei uns in Europa ganz häufig. Du findest das in ganz vielen Kirchen. Und wenn du jetzt durch die Stadt läufst und du siehst so ein Symbol, vielleicht siehst du eine Kirche und sagst, hot damn, ey, die Illuminaten kontrollieren auch diese Kirche, dann ist es halt falsch. Weil die Kirche hat dieses Symbol schon viel länger benutzt. Da gab es noch gar keine Freimaurer. Tatsächlich, und da berührt es sich wiederum mit dieser Freimaurer-Tradition, das ist der Grund, warum die Freimaurer dieses Symbol haben, es ist ein noch viel älteres Symbol. Auch die Kirche hat es nicht erfunden. Ey, wenn du heute nach Indien oder Nepal gehst, dann siehst du das ganz oft. Also gerade in Nepal, im Buddhismus, taucht es immer wieder auf. Auch dieses Auge, ist ein bisschen anders dargestellt, aber es ist von der Erde genau das Gleiche. Es ist das göttliche Auge, das von oben, vom Himmel auf dich herabschaut, was halt alles sieht, was bis in dein Herz schaut oder sowas. Du hast es bei den alten Ägyptern, das ist das Auge von Horus, der Horusfalke, auch da wieder halt der Falke, auch ähnlich wie die Eule, so super scharfe Augen, scharfer Blick, der sieht halt alles. Und das ist dann das Auge des Himmels. Also das ist ein ganz altes Bild. Natürlich die Freimaurer, weil die sich ja auf diese, diese alten Geschichten, Ägypten und so weiter beziehen, dann finden die das Logo natürlich super, diese Symbole und integrieren das. Aber die Kirche hat es auch übernommen, weil auch die sich gerne in den vorchristlichen, auch heidnischen Dingen bedient hat und hat auch dieses Symbol genommen. Da sind ganz viele Kirchen drin. Das heißt, dieses Symbol ist definitiv keine Erfindung der Freimaurer und erst recht nicht irgendwie eine Erfindung oder etwas, was exklusiv die Illuminaten haben. Das ist auch so ein Ding, was sich extrem auf der Selbstständigkeit hat. Und wenn du wirklich, wenn du das suchst, findest du das Symbol überall. Es ist aber nicht zwangsläufig wirklich Illuminaten. Ich will deswegen nicht sagen, dass dieses Symbol, dass es alles harmlos ist. Weil interessant ist natürlich schon, wenn du diese ganzen Konzerne und so anschaust, wie oft dieses Symbol auftaucht, das hat dann schon eine Relevanz. Aber ob der, ob der alte Adam Weishaupt damit zu tun hat, weiß ich nicht. Das ist, das ist halt dieses Ding. Überhaupt ist es so, diese große Frage, gibt es eine Kontinuität? Gibt es nach Adam Weishaupt den nächsten Großmeister und es geht dann weiter bis, was weiß ich, zu irgendwelchen Leuten, die heute am Start sind, die heute die geheime Regierung bilden? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es ganz ehrlich. Aber was es gibt, ist eine Kontinuität der Ideen. Es ist eine Kontinuität, Geheimgesellschaften zu gründen. Und definitiv gibt es heute Geheimgesellschaften, die wirken. Das ist auch keine Frage. Das ist auch, glaube ich, gab es schon immer. Das liegt in der Natur des Menschen, dass sowas wie Verschwörung, dass diese Leute zusammentun, um zum gemeinsamen Vorteil ihre Sache durchzuziehen. Hey, Cosa Nostra, Mafia, das heißt nichts anderes, Cosa Nostra, unsere Sache. Das ist nichts anderes, das ist eine Verschwörung und ein Geheimbund. Und auch da, wenn ihr jetzt sagt, naja, Mafia, das hat ja nichts mit denen zu tun. Hey, das kommt zwar hier in den Büchern nicht vor, aber ich sehe auch schon, mir rennt die Zeit weg, um das alles zu bringen. Aber natürlich hat Cosa Nostra auch was mit diesen Geheimgesellschaften zu tun. In der besonderen italienischen Geschichte ist das so. Da gibt es Verbindungen zwischen diesen Mafia-Gruppen und dann auch revolutionären Gruppen, wie zum Beispiel die, wie hießen sie die, ich glaube, Piedi Negra, das sage ich jetzt eher spontan, ich habe es jetzt gar nicht recherchiert, die Schwarzwüße, Schwarzwüße auf Italienisch, Piedi Negra heißt es, glaube ich. Das war im Grunde genau so was, so eine Mischform aus, ja, irgendwie hatten die Connection zu den Freimauern, das war so eine Geheimgesellschaft, also auch hierarchisch aufgebaut, war revolutionär, die haben in Italien die Revolution vorangetrieben, war aber auch irgendwie verbunden mit dem, was man heute Mafia nennt und hat sich dann auch so weiterentwickelt. Also diese Dinge sind alle miteinander verbunden. Das scheint mir eine natürliche Sache zu sein, dass halt Menschen solche Organisationen gründen und im Geiste ist da auch eine Tradition und das ist die Tradition, die ja auch schon aufgekommen ist, die Illuminat, die Weishaupt vergleicht mit Jochen von Fiore, mit den radikalen Battleorden im Mittelalter und so weiter, weil es ist eine gleiche Idee, die immer wieder da ist. Die taucht immer wieder auf. Die Idee von Gleichheit, die Idee von sozialer Ungerechtigkeit, das als Hebel zu nutzen für Umstürze, für Revolutionen. Im Grunde, das ist was hier halt so spannend macht, das ist eine Blaupause für Revolutionäre oder sowas, wie man sich auch organisiert. Und das ist was natürlich schon die Illuminaten so richtig spannend macht und faszinierend macht, sich dann mit denen zu beschäftigen. Aber die Frage, ob die jetzt wirklich so finster sind, wie das heute dargestellt wird, die abgrundtief bösen Illuminaten, da muss man dann auch die Frage stellen, und das ist heute das Thema, das ist so ein Mythos und Wahrheit, diese Grenze, da muss man auch die Frage stellen, wo kommt denn eigentlich die ganze Kritik an den Illuminaten her? Und das ist auch super interessant. Das ist super interessant. Und das führt uns jetzt eigentlich wieder zu einem nächsten Thema. Wer waren die Feinde der Illuminaten? Wir hatten schon die Kirche und die Fürsten. Das waren die Feinde. Als es dann zur französischen Revolution kam, danach, die französische Revolution war ja nicht nur gegen das französische Königshaus, sondern mindestens genauso sehr oder vielleicht sogar noch stärker gegen die Kirche gerichtet. Während der französischen Revolution wurden ja Klöster geplündert und danach auch dann mit dieser neuen Republik Frankreich dann auch massenhaft enteignet. Also das ganze Land, was der Kirche gehört hat, in Frankreich wurde alles enteignet. Jetzt hat natürlich die Kirche, die hat da auch eine Gegenbewegung gestartet. Und da gab es Leute, die haben eben gegen diesen neuen Geist geschrieben, gegen das, was Aufklärung ist, gegen alles, was Logen ist und dementsprechend auch Illuminaten. Und das waren Leute, die selber wiederum einen Geheimbund angehören, nämlich die Jesuiten. Das ist tatsächlich so. Vieles von dem, was wir heute haben an dieser Illuminatenkritik, stand eigentlich aus dieser jesuitischen Ecke. Und das muss uns auch bewusst sein. Und es muss uns auch auf jeden Fall dann eine gewisse Skepsis geben. Letztens, und ich mache das auch so, wenn Informationen da sind, die gut sind, es ist mir egal, von wo die kommen. Wirklich in Recherchen zu dieser Sendung, ich habe die erstaunlichsten Quellen und das sind Leute, mit denen ich sonst nichts zu tun haben würde. Ganz viel, zu ganz vielen Themen kommen eben aus dem, aus diesen amerikanischen Freikirchen, aus diesem christlichen Raum. Da gibt es bei einigen Themen, wo die richtig gute Fakten bringen, weil sie halt da gut recherchieren. Ich bin manchmal mit diesen christlichen Gruppen vereint, weil wir den gleichen Gegner haben. Und deswegen kann ich da schon viel erkennen und würde deswegen auch nicht sagen, hey, wenn jetzt ein Jesuit ein Buch geschrieben hat, das darfst du gar nicht glauben. Aber umgekehrt müssen wir auch wissen, die Jesuiten, die haben es auch nicht mehr so einfach genommen mit der Wahrheit. Denn, hey, die haben nichts anderes als das Streben zur Weltherrschaft. Letztens alle von diesen Religionen. Hey, die Religion hört da nicht an irgendeiner Grenze auf. Da hinten kommt jetzt die islamische Welt, naja, da gilt unsere Religion halt nicht mehr. Nein, sie gilt halt jetzt nicht, aber sie soll irgendwann gelten. Natürlich strebt die katholische Kirche nach Weltherrschaft, das ist völlig klar. Der Islam strebt auch nach Weltherrschaft. Der Buddhismus strebt auch nach Weltherrschaft. Diese Religionen haben alle einen universellen Anspruch. Die sagen ja nicht, das gilt jetzt nur für uns in Europa oder so. Nein, das ist ein universeller Anspruch. Jetzt, das ist entscheidend. Und so gesehen, wenn man das den Illuminaten vorwerfen, boah, die wollen die Welt erobern. Ja, aber ich meine, die katholische Kirche wollen auch die Welt erobern und will es immer noch. Und hier, Cecil Rhodes und englische Weltherrschaftspläne, die sind auch bekannt. Also, das ist ganz wichtig zu erfahren. Und wir kommen jetzt mal zu dieser illuminatokritischen Literatur. und da ist eins der wichtigsten Schriften ist diese hier von Abbé Baruel. Das Franzose hier, 1799. Das ist echt noch zeitnah. Das ist nach der französischen Revolution und aber halt ein Zeitzeuge. Und dieser Abbé Baruel, das ist halt ein Jesuit gewesen. Und der hat hier diese super wichtige Geschichte geschrieben, die hier jetzt eine englische Version im Original, es französisch ist, die History of Jacobinissen, also die Jakobiner. Und das ist der mit der Erste, der sozusagen eine Freimaurer- Illuminatenverschwörung konstruiert, die die französische Revolution ausgelöst hat und die generell gegen alle also alle Fürstenhäuser oder überhaupt die ganze alte Ordnung in ganz Europa bedroht. Und das, und ja auch da, wir müssen es so ambivalent behandeln. Zum einen ist es ja nicht verkehrt, weil Weißhaupt selbst hat er da nichts anderes formuliert. Das ist ja das Ziel, die alte Ordnung abzulösen. Natürlich wollten die das. Aber vieles von dem, was jetzt so an den ganz sinisteren Sachen so erzählt wird, das ist ja dann, es wird dann oft so dargestellt, dass diese Illuminaten ja schon eigentlich Satanisten sind. Das ist eben Gedankengut, das kommt von dort. Ey, ich selber habe mit diesem, mit dem Christentum, mit diesen Narrativen nicht viel am Hut. Deswegen, ob jetzt einer da pro Gottes oder Satanist ist, es ist, ich denke ja gar nicht in diesen Kategorien, aber andere Menschen schon und die wurden, die haben das eben so dargestellt, ja all diese Illuminaten und überhaupt all diese Aufklärer und da reden wir jetzt nicht nur von denen, die wirklich solche Pläne hatten wie Weißhaupt, sondern wir reden vielleicht auch von Leuten wie Goethe, die aufklären wollten, aber die vielleicht eher das auf eine milde Art machen wollten. Aber all dieses gesamte aufklärerische Gedankengut, das wird dort in eine Ecke, das wird das halt zusammengeschweißt. Illuminaten ist gleich Aufklärung, ist gleich des Teufels. Das ist im Grunde genommen, aber dann, das ist aber dann Jesuitendenke und die ist auch nicht wirklich freigeistig, ist ja klar, ich meine, das ist genau dieser Konflikt, den wir da erleben und da musst du als Freigeist wirklich hellwach sein und da ist aber auch dann, das sage ich euch ganz ehrlich, super schwierig, das jetzt genauso auseinanderzuhalten, aber es ist nur wichtig, das mal zu verstehen, all die Kritik, die wir an dem Phänomen der Illuminaten haben, kommt von Jesuiten und kommt und dann später dann auch von anderen kirchlichen Gruppen, heute halt diesen ganzen amerikanischen Freikirchen, die in Amerika riesig sind und von denen kommt auch, manches von dem, was hier zitiert wird, sind dann deren Magazine, John Birch Society und so weiter, das ist also sozusagen das, vereinfacht gesagt natürlich, das rechte, christliche Amerika und die stehen natürlich all dem, was nicht ausschließlich christlich ist, kritisch gegenüber und all dem, was halt Weishaupt steht und das geht dann bis hin zu politischen Dingen, dass halt alles, was liberal ist oder diesen ganzen modernen Gedanken halt von dieser rechten Seite auch angegriffen werden, das müssen wir im Kopf behalten und das ist wirklich einer der ersten und da stehen schon ganz viele von diesen Dingen drin, die man halt den Illuminaten unterstellt, wo da genau die Grenze ist zwischen Wahrheit und Mythos ist schwierig. Wie gesagt, das ist ja nicht alles falsch, weil da muss man halt unterscheiden. Aber eben dieser Abbe Baruel, aber das war nicht der Einzige, dann ist auch in dieser Zeit ist ein Buch erschienen von John Robison und das ist auch super wichtig, der hat 1797, also sogar noch vorher, hat der ein Buch veröffentlicht und ich glaube, ich habe hier auch noch was von ihm. Genau, der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Proofs of a Conspiracy against all the religions and governments of Europe carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminaten and Reading Societies. John Robison, Schotte, Naturwissenschaftler, selber Freimauer, selber Freimauer, das zeigt auch wieder, das ist auch innerhalb der Freimauerbewegung, da gab es völlig unterschiedliche Richtungen, so der Typ war eigentlich selber Naturwissenschaftler und steht dementsprechend schon auch auf diesem Pfad der Moderne. Interessant auch, der war der erste Generalsekretär der schottischen Royal Society. Royal Society, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das sind so diese Gruppen, die grundsätzlich so die Paradigmen entscheiden, in welche Richtung ist überhaupt Wissenschaft, was wird geforscht, wo gehen die Gelder hin, wer darf Professor werden, welche Universitäten werden geschützt. Diese Royal Society in England, eng verbunden natürlich mit diesen traditionellen Elite-Unis, Oxford, Cambridge und die wurden ja auch schon genannt, das ist so auch eine Richtung. Und finde ich natürlich interessant, dass er als Generalsekretär der Royal Society dann gleichzeitig sich als Anti-Illuminat zeigt. Weil Royal Society, die stehen ja auch nicht da für freien Fluss von Informationen, sondern die sind ja ein Instrument der Herrschaft. Aber da kann man es auch verstehen, das sind sozusagen auch, der steht sozusagen auch, obwohl er selber Wissenschaftler ist und dieses neue Weltbild hat, er hat also nichts mit der Kirche zu tun. Aber der ist eben, gehört zu den anderen Feinden, Illuminaten, zwei Feinde, die Kirche und die alten Monarchien, die alte Herrschaftsform. Der Abi Baruel steht für die Kirche, er ist Jesuit. Und dieser Robinson, der steht halt für die Herrschaft. Und der schreibt dann auch sowas. Und das sind erfolgreiche Bücher, die haben riesen Einfluss genommen. Die wurden in ganz Europa verkauft, mehr in Sprachen übersetzt. Ihr müsst euch das vorstellen nach der französischen Revolution. da war in Europa und bis nach Amerika, da war natürlich eine riesen Aufregung. Ey, das könnte bei uns auch passieren. Und da gab es natürlich Leute, die sagen, ja, wir wollen, dass das bei uns passiert, weil weg mit dieser alten Herrschaft, was ich verstehen kann. Und da gab es andere, die sagen, aber französische Revolution, Jakobiner Herrschaft, da ist das Blut in Strömen geflossen, es ist gewaltvoll und so weiter, es hat auch dieses Bösartige, da müssen wir uns dagegen verwehren. Aber es geht ja aus Licht aus hier. Beide Richtungen kann ich insgesamt durchaus verstehen. Aber das ist halt, wo diese Trennlinie manchmal so schwer ist, die zu ziehen. Aber der hier, der Robison, auch maßgeblich. Ganz, ganz viel von dem, was wir heute noch dort den Illuminaten sozusagen unterstellen, kommt von dort. Ja. Ja, was machen wir jetzt mit dem ganzen Thema? Ihr seht, es ist in so vielen Dingen widersprüchlich, es ist in so vielen Dingen nicht klar, die Trennung zu ziehen. In so vielen scheint mir es auch so eine Dialektik zu sein. Da gibt es das Lager und das Lager und irgendwie reibt sich das wieder miteinander. Und für Freigeiste wie uns ist das echt eine riesen Herausforderung, bei diesem Thema so die Balance zu halten. Zum einen echt, ich gehe bei ganz vielen nicht mehr mit, was man den Illuminaten unterstellt. Es geht ja noch weiter, ich kann jetzt auch gar nicht mehr noch die Memos weiterführen, da sind noch mehr drin. Aber es geht ja dann bis so weit, dass man diese Illuminaten-Geschichte verwebt mit dem Nationalsozialismus, dass man das verwebt mit dem Vorgängern des Nationalsozialismus, also diesen ganzen okkulten Strömungen, die wir im 19. Jahrhundert haben, die dann auch zum Teil wirklich schon in einen abgefahrenen Bereich reingehen. Also auch in Narrative, dass irgendwie wir verschiedene, wie hat es Madame Blavatsky gesagt, Root Races haben, also Wurzelrassen, diese ganze Rassengedanke, ich glaube, darüber habe ich auch schon gesprochen, bei dem Rassenthema, über Madame Blavatskis Root Races, das wird dort mit reingezogen, dann fast schon kosmisch, dass halt manche kamen von dem Stern, manche von dem, das spiegelt sich dann wieder bei der Sache mit der Vril-Gesellschaft und diesen Narrativen, dass die Aria von Aldebaran kommen und so weiter. Es geht immer weiter. Diese Bücher dokumentieren das nur sozusagen, wie dieses Ding immer größer geworden ist. Und den manchen natürlich auch komplett widersprüchlich. Weil, hey, wenn man jetzt die Illuminaten mit der Vril-Gesellschaft und dem Nationalsozialismus in Verbindung bringt, gleichzeitig aber die Illuminaten verbindet mit Cecil Rhodes und dem britischen Weltherrschaftsplänen, dann scheint sich das erstmal komplett zu beißen. Scheint ein kompletter Widerspruch zu sein. Aber das ist eben bei diesem Thema so. Und das ist echt nicht so einfach, das genau zu trennen. Wo ich mir relativ sicher bin, also was ich nicht glaube, ist, dass es so eine eine Art Illuminati-Weltregierung jetzt gibt, die auch diese unendliche Macht hat. Es gibt definitiv Geheimgesellschaften. Manche können wir auch definitiv belegen, wie eben Cecil Rhodes beispielsweise. Oder eben auch wie Adam Weishaupt, den es damals gegeben hat, keine Frage. Heute gibt es auch welche, die sind einflussreich. Manche von denen sind auch haben diese Weltherrschaftspläne, ziehen die Dinge auch durch, NWO, alles klar. Dass auch diese großen Ideologien, die im 19. Jahrhundert entstanden sind und die des 20. Jahrhundert, die so viel Unheil über die Welt gebracht haben in Europa, sprich Faschismus und Kommunismus, dass die da auch alle damit zu tun haben, dass die aus dieser Idee rausgewachsen sind. Schule der Menschheit, die Menschheit neu erfinden, neu machen, sehe ich auch alles. lehne ich ab, sehe ich höchst kritisch dieses Wirken, weil sie eben aus meiner Sicht überhaupt kein Vertrauen haben in den Menschen. Weil eben das, was den Menschen wirklich ausmacht, die eben nicht sehen. Du musst ja den Menschen nur dann erziehen und dieses neue Mensch schaffen irgendwie, wenn eben der alte Mensch nichts taugt. und da gehe ich wiederum wiederum nicht mit. Aber definitiv gibt es Geheimgesellschaften, die mächtigen Einfluss haben. Aber ob das die Illuminaten sind, ob wenn die hier der oberste Rat der Weltregierung sich trifft, ob die dann so ein Auge der Pyramide auf ihrem Tisch haben, so, ich I doubt it. Ob das wirklich deren Ding ist, weiß ich nicht. Aber ganz grundsätzlich, es ist keine Frage, es gibt diese Gruppen und das ist eben so ein ganz, ganz alter Konflikt, der auch schon über Jahrtausende wahrscheinlich geht. Auf der einen Seite Wissen ausnutzen für sich, für seine eigenen Zwecke und in dem Zusammenhang habe ich schon über die Himmelsscheibe von Nebra geredet, was für mich auch schon so eine Art Breakaway ist. Plötzlich wird Wissen, wird Geheimwissen, wird nicht mehr mit dem Stamm geteilt, sondern es wird auf einmal ausgenutzt. Und auf einmal wird es Geheimwissen und dann entstehen dann diese Hierarchien und dann entstehen auch diese Angebote. Hey, wenn du bei uns mitmachen willst, dann kriegst du altes, geheimes Wissen, vielleicht schon 2000 Jahre alt. Es wird immer wie so eine Karotte, wird es dem jungen Menschen vorgehalten und du musst dich aber dann bewähren. Aber im Grunde umziehst du nur den Karren von anderen Leuten. Dieser Konflikt ist schon ewig alt und ich stehe schon immer auf der Seite, ey, Wissen freimachen, lass es frei zur Verfügung stellen, weil dann können diese Hierarchien nicht entstehen. Ey, ich biete euch Wissen. Ob das jetzt ein Wert hat oder nicht, steht nochmal an einem Papier. Und es gibt auch Leute, die noch viel mehr wissen als ich. Also es gibt bestimmt dann auch bessere Lehre und so weiter. Aber der Grundgedanke ist, ich hau es einfach raus und mach dir damit, was ihr wollt. Aber ich hau es einfach raus und ich halte da nichts zurück. Weil in dem Moment, wo du anfängst zurückzuhalten, dann entsteht dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, dann entstehen Hierarchien und dann begegnet man sich nicht mehr auf Augenhöhe. Und das halte ich für eine große Tragödie. Und auf dem Trip sind letztens diese Illuminaten auch alle, diese ganzen Geheimgesellschaften, sind alle hierarchisch auch aufgebaut. Und deswegen auch irgendwie, ja, ich komme immer dieses Bild hier, bei den Händen so Yin und Yang. Ist aber echt so wie ein Extrem ins andere. Und schön in Worte gepackt hat, dass auch hier ein Historiker, Manfred Agetten, und der hatte geschrieben, ich zitiere jetzt mal hier von Manfred Agetten, der hat das eigentlich schön auch aufgezeigt, diesen Kontrast irgendwie. Um das Individuum, nee, Quatsch, das fängt hier oben an, laut dem Historiker Manfred Agetten waren die Illuminaten ihren Gegnern in einer dialektischen Verschränkung verbunden. Um das Individuum von der geistigen und geistlichen Herrschaft der Kirche zu emanzipieren, wurden jesuitische Methoden der Gewissenserforschung angewandt. Um den Siegeszug der Aufklärung und der Vernunft zu befördern, gab man ein Hochgratsystem und ein mystisches Primborium, das an den schwärmerischen Irrationalismus der Rosenkreuze gemahnte. Und um die Menschheit schließlich aus dem Despotismus der Fürsten und Könige zu befreien, unterwarfen man die Mitglieder einer nachgerade totalitären Kontrolle und Psychotechnik. Okay, es ist ein bisschen schwierig, wahrscheinlich ich es nur so vorlese, aber was er hier feststellt, ist ganz großartig, das ist eben genau dieser Pendel-Effekt. Er sagt halt, hey, zum einen wollten die Leute von der geistigen und geistlichen Herrschaft der Kirche befreien. Bin ich voll dabei, zu Recht, das war mal nötig, sich da zu emanzipieren aus diesen Geschichten. Aber, was haben die den Menschen dann geboten? Haben sie den Menschen wirklich Freiheit geboten? Nein, sondern sie haben dann auch wieder hier jesuitische Methoden und Erziehung, weißt du, und der Lehrer von oben sagt alles und du musst genau das nachmachen, das musst du lesen und so musst du sein und Kadavergehorsam und so weiter. Da kommst du vom Regen in die Traufe, von einem Extrem ins andere, aber du bist nicht in der Mitte. Dann auch, um den Siegeszug von Aufklärung und Vernunft zu befördern, das ist, wo es eigentlich ging, wieder Vernunft, Ratio, Aufklärung, aber was machen sie dann? Dann haben sie eben ein Hochgradsystem kreiert, das war auch gerade der Knicke, der das so forciert hat, auch mit irgendwelchen komischen Titeln, weißt du, Hochgrad Ritter von so und so und diesen ganzen Schmarrn und diese ganze Symbolik da, die da so überladen wird, obwohl auch eigentlich das Ziel ist Aufklärung, da kann man doch die Dinge ganz offen behandeln, aber ist auch wieder so, von einem Extrem ins andere und dann auch hier genau, das Ziel, die Menschheit zu befreien aus dem Despotismus von Fürsten und Königen, aber was haben sie selber gemacht? Ein System von totalitären Kontrolle, Psychotechniken angewandt, da ihre Leute zerziehen und das sind auch eben diese Connection wieder hin zu MK-Ultra und wie die Assassinen das schon gemacht haben, da muss man in einem Extrem ins andere gefallen, das ist das Problem und so gesehen kann ich, zum Schluss möchte ich das so meine heutige Bewertung dort geben, wie gesagt, ich kann das auch nicht genau auseinanderhalten, was ist Mythos, was ist Wirklichkeit, es gibt Geheimgesellschaften und es gibt einige, die sind sehr mächtig, andere von denen wissen wir gar nichts, andere sind auch wenig mächtig, weil ich kann jetzt auch heute eine gründen, wenn ich will, ich würde da vielleicht nicht mehr Einfluss haben, so, aber, also es gibt die und es gibt diese Tradition von, dass sich Leute zusammentun, um Wissen für sich zu nutzen, um dadurch Macht zu erlangen, das gibt es seit Jahrtausenden auch, Thema immer wieder von unserer Sendung, fast ein roter Faden, der sich hier durchzieht, diese Dinge gibt es alle, aber ob das jetzt wirklich so diese allmächtige Weltregierung ist, wie sie oft dargestellt wird, passt glaube ich nicht, ich glaube auch, dass viele Geheimgesellschaften auch miteinander konkurrieren und rivalisieren und da gibt es auch ein hierarchisches System, manche stehen über anderen und so weiter, aber ich weiß nicht, ob das da immer ganz frei ist, aber vielleicht ganz zum Schluss noch ein Gedanken, so, die gefährlichsten Gruppen, die ich, wenn ich die heutige Welt anschaue, wenn mich einer fragt, was ist das Gefährlichste, die die für die Gefährlichsten halten, dann sind es tatsächlich eher diese okkulten, religiösen Gruppen, die in diese Endzeitrichtung gehen, diese Endzeitseckler, die Apokalyptiker, das halte ich aus, meine Analyse, so wie ich heute die Welt sehe, das halte ich für die größte Bedrohung und das ist eigentlich, das ist letztens nicht der Geist von Leuten wie Weishaupt, weil das waren ja im Grunde genommen eben Aufklärer, die hatten ganz sicher keinen Bock auf, oder das ist halt die Frage, aber ich glaube nicht, dass deren Denkweise so war in diesen ganzen apokalyptischen Endzeitszenarien, so, sondern das reibt sich auch, das sehe ich als die allergefährlichsten Gruppen an und hey, wer weiß, wie viele auch von diesen Gruppen, das sind eben dann letztens die religiösen, kirchlichen, die dann auch Kontrolle haben über Jesuiten und so weiter, wie viel von diesen Gruppen dann sozusagen auch die Vernunft und die Aufklärung und auch die Werte, für die das da steht, nämlich Mensch, Humanismus und so weiter, wie sehr das tatsächlich von diesen Gruppen auch attackiert wird und auch diese Polarität, ja, die sollte man einfach kennen. Hey, an dem Punkt lasse ich euch jetzt stehen, man könnte noch viel, viel mehr machen, weil einfach das ein Riesenthema ist, ich hatte mir auch eigentlich noch mehr vorgenommen von diesen Dingen, aber lese halt mal selber hier, lese selber, Illuminati, ich kann es echt nur empfehlen, es ist wirklich witzig und es ist nicht immer ganz einfach, aber es ist lustig, es kommen so viele Informationen, es ist ein, wie der Autor selber sagen würde, it's a good trip, ja, also in diesem Sinne, behandelt, beschäftigt ihr euch mit dem Thema, aber erkennt, dass es Info und Desinfo gibt und dass man das kaum noch richtig auseinanderhalten kann und ja, findet da letztens selbst euren Weg durch das Dickicht und entscheidend ist halt der innere Kompass, hier, da muss man selber nachschauen und da kann man dann vielleicht auch die Lüge von Wahrheit unterscheiden und bei vielen Dingen, weiß ich es halt nicht genau, aber dem inneren Kompass folgen, ich glaube, der führt uns mehr ins Ziel, als auf der einen Seite den Pfaffen, so wie es er der Weishaupt nennen würde, Pfaffenherrschaft, aber auf der anderen Seite eine Herrschaft von vermeintlich aufgeklärten, illuminierten Übermenschen, die sich so halten, hey, da höre ich voll den Ego-Trip raus, also dem werde ich mich auch grundsätzlich nicht unterwerfen, für mich ist, gehen sie beide in die falsche Richtung, den eigenen Kompass finden, das ist um was es geht, jo, in diesem Sinne, vielen Dank, ich hoffe euch hat dieser Klassiker hier gefallen und bis zum nächsten Mal, ciao. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, Vielen Dank.